Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Techpool-Podcasts in dieser Woche wieder mit an meiner Seite der Tim. Hi Tim. Hallöchen. Und der Kalle ist auch wieder mit dabei. Herr Kalle. Hi. Hi. So, mal gucken, ob meine Internetverbindung hier heute mitspielt. Ich lade nämlich gerade noch ein ziemlich großes Video von Tim runter, sehe ich gerade. Das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt auch. Das unterbricht jetzt nicht zu doll oder macht jetzt nicht zu viel Ärger. Ja, wir haben in dieser Woche wieder ein paar Themen. Da sollten wir definitiv drüber sprechen oder müssen wir auch drüber sprechen. Da hat sich wieder so ein bisschen einiges aufgestaut in den letzten Tagen und so ein bisschen ein paar Sachen ans Licht gekommen. Aber wir haben erstmal noch ein paar kleine Themen und einen Nachtrag vom Kalle zu den Kopfhörern von letzter Woche. Ja, genau. Ich habe ja die Kopfhörer von Bowers & Wilkins, die Over-Ear PX7 vorgestellt so ein bisschen. Und ich wollte dazu noch anmerken, dass da ja ein USB-C-Kabel, also USB-C auf USB-C und ein Klinkelstecker natürlich dabei ist, um einfach die Alternative zu haben zum Hören. Das hatte ich gesagt. Was ich unterschlagen habe, ist, dass auf jeden Fall die Kopfhörer, wenn man die über USB-C bedient, da diese auf jeden Fall ein bisschen Strom haben müssen, also ein bisschen Akku und auch an sein müssen natürlich. Sonst geht das nicht. Gute ist, dass die halt darüber verwendet werden können, auch mit Geräten, die halt kein Bluetooth haben oder irgendwas. Also auch irgendwelche Anlagen. Man kann das auch über AUX nutzen. Und wenn man die natürlich am PC hat, laden die Kopfhörer gleichzeitig. Das hatte ich nicht gesagt. Das ist natürlich so. Aber man kann die natürlich dann auch vollwertig nutzen. Und die Farben hatte ich nicht so ganz richtig definiert, habe ich mitbekommen. Da habe ich nämlich die Silver-Variante gehabt. Es gibt noch eine Space Grey. Und noch eine dunklere Version, meines Erachtens. Das war die, ach, Carbon. Genau, das ist keine, also das ist nochmal, die sieht nochmal anders aus. Carbon kann man, weiß man ja, die Oberfläche kennt man ja so ein bisschen. Und genau, das wollte ich nur nochmal anmerken zu den Kopfhörern von Bowers & Wilkins. Sehr gut, genau. Da wurden wir nochmal von Bowers & Wilkins nochmal gebeten, das nochmal ein bisschen auszuführen, weil das nicht so ganz rausgekommen ist. Das war ja ein bisschen das, was ich bei den AirPods Max letzte Woche noch bemängelt habe, dass sie mit USB-C auch einen Akku brauchen, so ein bisschen, um sie halt mit USB-C benutzen zu können. Das ist ja natürlich bei den PX-7 jetzt auch so. Das wusste ich in dem Moment ja auch nicht. Gut, ja, trotzdem würde ich mir wünschen, dass das auch so geht bei allen Kopfhörern, egal ob 600 oder 300 oder 400 Euro, das spielt keine Rolle. Aber vielleicht ist das scheinbar mit USB-C eben nicht so easy, dass man da dann den einfach, dass da einfach Audio durchgeschliffen wird, so wie bei einem Klinkekabel dann einfach so. Das wäre zwar cool, aber ja, genau. Soviel dazu. Ich habe nachher auch noch was von Bowers & Wilkins am Ende. Von daher schließt sich dann am Ende quasi der Kreis damit dann wieder. Dann haben wir letzte Woche was vergessen, das weiß jetzt der Tim nicht, aber Kalle und ich haben vor einem Jahr eine Homescreen-Challenge gestartet, in einer unserer ersten Folgen und zwar einfach so eine Spaß-Idee quasi, dass man einfach sagt, okay, pass auf, wir haben über Homescreens gesprochen und dann lass uns mal einen Screenshot machen von unseren Homescreens und dann in einem Jahr gucken, wie sich unsere Homescreens verändert haben, ob sich was tut, welche Apps man dann so benutzt, so als kleine Zeitkapsel für einen selber natürlich auch oder auch einfach, um zu gucken, wie das jetzt geworden ist. Ich würde sagen, wir hatten das damals ja auf Instagram gepostet gerade, glaube ich, die ersten vor einem Jahr. Um das jetzt einfach quasi erstmal abzuschließen, würde ich sagen, posten wir die nächsten einfach auch, also jetzt irgendwie dann heute am besten oder spätestens bis Sonntag dann, bis die Folge hier rauskommt, dann einfach nochmal den aktuellen Homescreen und dann haben wir dieses Challenge abgeschlossen. Dann können wir vielleicht auch nochmal nächste Woche oder so drüber sprechen, ob uns da was aufgefallen ist, wenn uns da was aufgefallen ist. Ja, gerne. Machen wir so. Das wollte ich nur nochmal anbringen, weil das wäre letzte Woche, glaube ich, schon soweit gewesen, habe ich aber irgendwie dann auch vergessen und jetzt ist es mir dann irgendwo in meinen ganzen Erinnerungen irgendwie wieder aufgetaucht. Ja. Was auch aufgetaucht ist, das habe ich jetzt nur kurz in den Anfang hier mit reingenommen, weil es relativ frisch ist und jetzt ja, noch eben ein ganz relativ neues Gerücht oder ein relativ neuer Leak eigentlich. Wir hatten vor zwei, drei Folgen über Sonos Ankündigungen gesprochen, die am 9. März, glaube ich, stattfinden sollen, wo sie ein neues Produkt vorstellen. Und da war ja noch so ein bisschen das Rätselraten, wird es ein Lautsprecher, wird es ein Kopfhörer, was wird es denn werden? Und ja, jetzt wird ein Lautsprecher, so wie es aussieht. Also die Bilder zu dem Gerät, das sind jetzt schon geleakt und zwar soll das ganze Ding Sonos Roam scheinbar heißen, ja. Und wie wir auch schon so ein bisschen gehofft haben, wird es halt so ein bisschen der mini-portable Lautsprecher, quasi so der Sonos Move Mini. Ja, ich muss dazu sagen, also bevor wir vielleicht kurz über den Lautsprecher, wenn da jemand noch was zu sagen möchte, äh, wir werden da sicherlich eh nochmal drüber sprechen, wenn das Ding dann wirklich released ist, um einfach da auch mit den hundertprozentigen, äh, technischen Angaben zu arbeiten und nicht mit denen, die jetzt quasi von den Leaks kommen. Ähm, ich, äh, hatte trotzdem gehofft, dass das so ein bisschen aussieht wie der Move nur in kleinen, aber das, äh, äh, hab ich auch beim HomePod gehofft und das war auch nicht so. Ähm, also da hat sich Sonos hier für ein anderes Design entschieden, mehr so ein längliches, äh, ja fast schon Standard-Bluetooth-Lautsprecher-Design, so ein bisschen, äh, so ein bisschen dreieckig so, äh, abgerundet. Ähm, kann man sich ja mal angucken, kann man einfach mal googeln, Sonos Roam. Äh, habt ihr es gesehen, was, was meint ihr? Ist das alles, was wir sehen werden? Also ich finde es tatsächlich echt ziemlich schick, auch vom Design her. Ähm, ganz cool, auf der einen Seite hat das Teil auch so ein Noppen, dass man den quasi auch hinlegen kann, halt längs. Ähm, und ich finde ihn eigentlich ganz, ja, ganz schick, äh, soll, hatte ich gelesen, für 169 Dollar kommen. Es ist jetzt die Frage, wird wahrscheinlich bei uns auch 169 Euro dann sein oder so. Ähm, und es kommt wohl noch für 50 Dollar ein Charging-Doc, ähm, wo man das Ding dann so draufsetzen kann, weil ich, äh, soweit ich das auf den Bildern erkennen konnte, lädt er per USB-C. Ähm, wie gesagt, kriegt aber eben so einen Charging-Doc ähnlich wie der, ähm, wie heißt der andere nochmal? Der Sonos, ähm. Move. Move, genau, der Sonos Move. Genau, und hat dann, wie wir gesagt hatten, Bluetooth und, ähm, und WLAN. Ähm, noch nicht ganz klar ist, ob er dann auch, äh, Airplay hat. Ähm, das wäre natürlich cool, wenn er quasi im WLAN-Modus ist und dann auch Airplay 2 unterstützt. Ähm, aber das, ja, ist noch nicht ganz klar und wenn man quasi, wenn er im WLAN-Modus ist, lassen sich auch zwei als Stereo-Paar zusammen, zusammen verbinden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Kommt auch mit, äh, eingebauten Mikrofonen für Alexa und Google Assistant. Ja, und soll so zehn Stunden von der Batterielaufzeit her halten. Und achso, und ist komplett wasserdicht. Ah ja, okay, ja, auch mal ganz gut. Ich muss ja sagen, preislich finde ich den ja eigentlich ganz gut. Also das ist ja jetzt, wenn der, wenn er sich gut anhört, dann ist das, so eine Bose Sound League Mini 2 kostet ja auch, ich glaube sogar eigentlich, also UVP sogar mehr. Ähm, das, also wenn das Sound-mäßig in der, in derselben Liga ungefähr spielt, dann ist das eigentlich okay. Also dann finde ich's, dafür, dass es ein Sonos-Produkt ist, eigentlich sehr günstig. Ja, ähm, dafür, dass die Geräte sonst ja immer recht teuer sind. Muss man halt mal gucken. So, jetzt liegt der natürlich irgendwie auch in der Preisrange von einem, von einem Play One. Ähm, oder von einem Sonos One, wie auch immer, ne. Das ist ja fast schon, fast schon ein Preis. Da muss natürlich auch ein bisschen was kommen. Portabilität ist jetzt nicht das, was es, was den Preis ausmachen sollte. Äh, weil das, dafür gibt's halt genug andere Sachen. Ähm, das hatten wir ja letztes Mal auch besprochen. Wir wissen's nicht genau, ob die Dinger Airplay können, wenn die halt nicht in einem heimischen WLAN irgendwie sind. Äh, und das, ob das dann halt eben funktioniert. Aber es wäre, also das wäre halt das, auch für mich, das Totschlag-Argument, so dafür, dass ich dann den auch kaufen würde. Wenn er das wirklich kann, kann ich mir das gut vorstellen, ja. Da, da auf jeden Fall reinzugehen, weil so ein neuer Portabler, Lautsprecher auch jetzt für die, für draußen hier, für die Terrasse und so, es steht jetzt eh noch nix, also außer normaler Sonos Move vielleicht dann am Ende. Aber wenn der's auch tut, um so ein bisschen draußen Musikdudeln zu lassen, warum nicht? Ja. Und dann ist er ja auch um WLAN. Also, wenn ich geht's halt sowieso. Ja, also, ist er ja auch eigentlich ganz okay. Du hast es gesagt, äh, 169 Dollar ist natürlich schon nochmal eine Ecke mehr. Also, der, äh, UE-Boom 3, der ist ja mittlerweile auch schon älter, der, ähm, den gibt's teils schon ab 70, 80, 100 Euro. Aber ist halt auch nicht ganz so smart wie halt so ein, wie so ein Sonos, äh, Gerät. Also, mal sehen. Ich bin gespannt, wie viel er dann bei uns kostet und, äh, was er dann alles für Features bietet. Und, ja, vielleicht verkaufe ich dann meinen UE-Boom auch und, äh, hol mir den dann ins Haus. Ja. Mal gucken. Also, ich denke, also, ich, weißt du, so, was soll er bieten am Ende, wenn's nicht wirklich Airplay ist? Ich hab's ja letztes Mal schon gesagt, ich find dieses ganze Sonos-System-Ding fand ich noch nie so prall irgendwie. Das hat mich noch nie so ganz gecatcht, dass ich da irgendwie meine Dienste mit verbinde und dann über die Sonos-App da, die ich schon immer schrecklich fand, äh, da irgendwie dann meine Sachen abspiele, anstatt es einfach per Airplay zu machen. Ähm, dementsprechend, also, wenn das nicht gehen sollte, wär's sehr, sehr schade, ja, dass das irgendwie, irgendwie doch über Airplay zu nutzen. Aber so, ja, nee, sieht schon ganz schick aus. Ähm, ist auf jeden Fall erkennbar, dass es dann ein Sonos-Produkt ist und sieht jetzt nicht einfach nur so was Rundes oder so, wie halt eben gerade jeder zweite Bluetooth-Lautsprecher irgendwie aussieht. Und dementsprechend kann das natürlich sein, dass das, äh, dass das das ist. Und vielleicht sehen wir noch ein zweites Produkt, wer weiß, ja, vielleicht gibt's ja doch nochmal irgendwie ein, äh, doch noch die Kopfhörer oder irgendwas. Irgendwas, aber Sonos ist jetzt, ach nee, doch, letztes Mal haben sie auch mehrere Produkte vorgestellt, aber gut, ähm, das wird sich dann zeigen. Dann am neunten nochmal, wie gesagt, lasst uns nochmal über das Ding sprechen, wenn's dann wirklich offiziell released wurde und wir jede Einzelheit kennen, ähm, und ob dieses komische Ladepad wirklich 49 Dollar kosten muss oder ob man das vielleicht trotzdem irgendwie doch günstiger bekommt. Das find ich mir auch ziemlich schwierig noch. Aber gut, nichtsdestotrotz, ähm, könnten wir dann quasi abbiegen in die normalen Themen, oder in die normalen Themen. In die normalen Themen, in die großen Themen der Woche. Da fängt es, äh, an mit DJI immer wieder. Wir reden ja ab und zu mal über DJI, immer wenn sie was Neues rausbringt, zumindest dann. Und die haben, das war jetzt leider keine große Überraschung mehr. Das muss ich jetzt übrigens, das wollte ich bei einem Sonos-Ding auch nochmal sagen, ne. Ich finde ja, also, ich glaube, jedem, der uns hört, dem ist klar, dass wir, wenn es keine Leaks gäbe, nichts zu erzählen hätten, also relativ wenig zu erzählen hätten oft, ja. Also, äh, wir uns da auch natürlich gerne mit Leaks beschäftigen und mit so Sachen, die da so rauskommen. Aber ich muss einfach sagen, dass das jetzt bei dem Sonos-Ding zum Beispiel auch wieder, eigentlich finde ich es extrem schade. Weil ich meine, es sind noch vier Tage oder so, oder fünf Tage, bis das Ding rauskommt. Ähm, ich hätte mich gerne mal wieder überraschen lassen. Aber das ist ja auch was, was wir schon bei den WWDC-Dingern und bei den Apple-Keynotes und so schon mal besprochen haben. Es ist halt irgendwie, dieser Kick fehlt halt einfach so, dieses krassen Überraschungsmoment, ja. Und auch wenn es jetzt nur Sonos ist oder auch wenn es jetzt DJI ist, das ist halt immer alles vorher schon geleakt. So, das ist halt, ist halt schade, ja. Also, ich, äh, hätte mich gerne auf diesen Sonos-Event eingelassen und dann mich überraschen lassen und dann mich vielleicht drüber gefreut oder auch nicht gefreut oder wie auch immer. Und, ähm, gleich ist es jetzt mit der DJI FPV passiert. Die ist ja schon quasi vor zwei oder drei Wochen, hat die schon irgendwer geunboxt, einfach auf YouTube, irgendeinen Kanal. Dann war das Video auch wieder weg und dann war es wieder da, hat es wieder irgendeiner gereuploadet und dann war es wieder weg und so. Ähm, dementsprechend waren aber natürlich schon Bilder und alles so drum und dran halt so quasi schon im Internet. Und damit war auch das Thema, ähm, ja, erstmal relativ gegessen schon wieder dann am Ende, bevor es überhaupt gelauncht wurde. Also, DJI FPV, ne, also, ähm, First Person View ist das, ist FPV. Das ist quasi ein anderes Drohnenfliegen, also das jetzt nicht so cinematisch mit der Mavic Air oder Pro oder was auch immer über Felder fliegen und, äh, den Sonnenuntergang filmen und sich daran erfreuen, wie, äh, wie die Bäume aussehen von oben. Ähm, sondern FPV-Fliegen ist eigentlich, und das finde ich, finde ich an der ganzen Sache halt so interessant, ähm, ist, ist eigentlich sehr, sehr, gefühlt so ein bisschen, ich sag mal so wie Sportfliegen so ein bisschen. Ja, du hast halt, äh, es ist halt schon anstrengend, weil du auch halt einfach jedes Mal so eine Brille trägst, ähm, die halt das Videosignal der Drohne quasi auf deine, auf diese Brille überträgt und du das daran siehst. Du hast halt kein Handy angeschlossen, wo du dann irgendwie den Bildschirm benutzt, sondern du siehst, äh, wirklich in dem Moment, was die Drohne eben sieht. Und, ähm, das macht dieses, macht das sehr, sehr sportlich und vor allem auch, weil die Dinge halt sehr schnell sind, ja. Ja, also die, äh, sind ja wirklich, ähm, extrem schnell tatsächlich und, äh, auch die, so auch die, die, ähm, DJI FPV, glaube ich, im, 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 im quasi manuellen Modus irgendwie bis auf 140 kmh kommt oder so, ja. Also, ich glaube, im normalen macht sie irgendwie 60 oder sowas, dann ein bisschen im Sportmodus 70, 80 kmh und dann nochmal so in diesem, in diesem Normal-Mode quasi, in den Normal-Mode nicht, in diesem manuellen Modus, äh, 140 kmh oder sowas. Was natürlich extrem ist, ja, wirklich sehr, sehr schnell und, äh, hier muss man, glaube ich, einfach mal sagen, jeder, der sich damit nicht so beschäftigt hat und da zähle ich auch absolut nichts zu, aber trotzdem, das Ding ist halt wirklich kein Spielzeug, ne. Also, dass jetzt keine Mavic Mini, äh, die du irgendwie auspackst und einfach losfliegst, kannst du mit der auch machen, aber am Ende ist es halt doch was anderes, ja. Also, die hat halt nicht tausend Assistenzsysteme vorne ein paar Sensoren, ähm, um nicht gleich überall gegen zu fliegen, aber es ist halt eben was komplett anderes, ja. Und, äh, das Coole an der Sache ist, dass DJI halt hier jetzt wirklich die Tür für dieses FPV-Fliegen öffnet, ähm, auch wenn es eine relativ teure Tür ist in dem Moment, weil der ganze Spaß kostet 1350 Euro oder sowas in dem Dreh, äh, also da hast du aber die Drohne, du hast die Fernsteuerung, die ohne Display daherkommt, weil die, weil diese Brille, die halt auch dabei ist, halt dein Display ist, ähm, und halt ganz viel Zubehör, Kabel, Akku und sowas alles, Akku für die Brille, Akku für die Drohne. Und, ähm, da kommt dann halt einiges zusammen und da kommst du natürlich als normaler FPV-Pilot, äh, viel, viel günstiger bei weg, aber, und das ist das große Problem, ich hab mich letztes Jahr oder ich glaube vorletztes Jahr schon mal sehr mit dem Thema auseinandergesetzt und wollte mir eigentlich auch mal so eine FPV-Drohne anschaffen, weil halt die Anschaffungskosten nicht so riesig sind und man da mit ein paar 200, 300 Euro schon eventuell ein bisschen was haben kann, sagen wir mal, wo du im Einsteigerbereich eben gut mit fliegen kannst. Ah, das Fliegen ist natürlich, wie gesagt, ein anderes, weil das nicht einfach so GPS und die Drohne bleibt in der Luft, so wie meine Mavic Air, äh, und, und ich muss eigentlich nichts machen, außer ein bisschen hoch und ein bisschen runter, ähm, sondern du musst halt die ganze Zeit die Drohne quasi in der Luft halten, ähm, also wenn du richtig gut, gut fliegen willst. Und, äh, das zweite, was halt das Problem ist bei der ganzen FPV-Geschichte, ist, dass du halt wirklich diese Drohne eigentlich komplett selber bauen musst, ja, also du kaufst dir die Einzelteile, kaufst dir, es gibt auch Bausätze, aber, äh, du musst halt trotzdem schrauben, löten, irgendwas zusammenstecken, da musst du gucken, das ist der Akku, dann sind diese Akkus, die sind, also das ist, diese Akkus sind eigentlich total gefährlich, die da bei diesen ganzen FPV-Drohnen mit am Start sind, weil die halt, äh, äh, da musst du erstmal einen Weg finden, wie du die aufladen kannst, ja, bei DJI ist es einfach USB-C, da steckst du das Ding ein und dann lädt das. Oder hast halt so ein Charging-Pad, wenn du mehrere hast und, äh, die Dinger, die können ja auch anfangen zu brennen, diese komischen, diese, diese, äh, komischen Dipos für die, äh, für die FPV-Drohnen, was halt wirklich nicht cool ist. Und, äh, das alles, plus dann noch, so musst du noch Betaflight dir irgendwie runterladen, dann musst du noch so eine, so eine Fernsteuerung dir selber konfigurieren, die aussieht wie diese 90er-Jahre RC-Racer-Fernbedienung, so eine Riesenteile mit eine Million Knöpfen und so, äh, was, was mega cool ist, wenn man das, wenn man das kann, bestimmt, bin mir sehr, sicher, aber bei DJI ist es einfach wirklich, du machst das Paket auf, setzt dir die Brille auf, stellst die Drohne hin, machst die Propeller rauf und fliegst los, ja, und startest quasi mit deiner FPV, ähm, Erfahrung, auch wenn du es noch nie gemacht hast, ja. Und deswegen kribbeln mir so ein bisschen die Finger, wenn ich ehrlich bin, weil, äh, ähm, ja, ich bin, äh, ich bin gehypt, ich bin gehypt. Habt ihr ein paar Sachen mal gesehen, was man damit so machen kann? Ich hab mir die Videos dazu angeguckt, das, äh, Verge-Review dazu und, ähm, auch, dass er das direkt beim, irgendwie, einen der ersten Flüge gecrasht hat, das Ding. Äh, und da auch nochmal der Hinweis, sollte das passieren, man kann bei DJI wohl auch alle Teile nachkaufen, ähm. Genau, vielleicht generell dazu eine Sache noch, man sollte, und das ist hier wirklich eine klare Empfehlung, das sagen jetzt auch die ganzen Leute, nicht nur so, weil sie Geld von DJI kriegen oder die Drohne geschenkt bekommen, äh, vielleicht auch ein bisschen deswegen, aber ich glaub, dieses Mal meinen sie es wirklich ernst, man sollte hier wirklich DJI Care Refresh mit dazu bestellen, ja, also dieses, dieses ist quasi so ein bisschen wie Apple Care, äh, plus für die, äh, für die Drohnen, wo hast du halt zwei Austauschgeräte, beziehungsweise Reparaturen irgendwie ein Jahr lang mit drin, das kostet einmal 200 Euro oder so, aber wenn du das Ding halt durch, gegen den Baum setzt oder gegen die nächste Klippe irgendwie damit fliegst, dann, äh, wird DJI dir das ziemlich sicher austauschen, ja, das, sorry, Tim. Alles gut, ist ja ein guter Hinweis, das wusste ich nicht, ähm, also es sieht schon ziemlich cool aus und was halt auch cool ist, dass ja quasi, dass man die Drohne auch in mehreren Modi fliegen kann, also einmal eben so standardmäßig, so wie man eben jeder andere DJI Drohne auch fliegt, so dass auch alle Sensoren, Abstandssensoren und so weiter, Kollisionssensoren, äh, an sind und eben aber auch die Möglichkeit hat, diesen manuellen Modus zu fliegen, wo man dann eben, wie du gesagt hast, äh, ja, einfach richtig wie in so einer FPV Drohne fliegt, was ich interessant fand, was mir aufgefallen ist, äh, der Akku, der in dem Ding drin ist, ist doch der von der Inspire, oder? Ja, das ist doch dieses riesen, der sieht nur so aus, also der sieht, der sieht so aus, aber der ist nicht so groß, also der ist recht, also die Drohne ist ja an sich auch nicht wirklich groß, ähm, der sieht, sieht aber tatsächlich ähnlich aus, aber es wäre nicht DJI, wenn sie bei irgendeiner Drohne den gleichen Akku verbauen würden, also die machen ja wirklich bei jeder, bei jeder Drohne einen neuen Akku, damit man immer neue Akkus kaufen muss, das ist deren Geschäftsmodell, ähm, nee, aber es sieht, sieht so ähnlich aus und 20 Minuten Flugzeit mit dem Akku, ne, muss man für eine FPV Drohne, normale fliegt, äh, drei bis fünf Minuten normalerweise, mit diesen kleinen Akkus, das ist schon ein Unterschied. Genau, das, äh, hatte ich nämlich auch gesehen, dass die Flugzeit vor allen Dingen echt gut ist, ähm, für eine FPV, äh, weil, ja, keine Ahnung, DJI scheint da echt gut zu sein, was die, was die Effizienz angeht und wahrscheinlich liegt es auch an der Größe einfach, weil diese FPV Drohnen sind ja ansonsten einfach Mini, äh, sodass man da so gerade mal eine GoPro noch zusätzlich drauf schnallen kann, aber wenn man quasi keine drauf hat, sondern nur FPV fliegt und per analoge Brille, äh, dass das Ganze Ding dann natürlich so ein bisschen ultra leicht ist, äh, vielleicht sind mit so kleinen FPV Drohnen, also ich glaube, da sind, es wird beide, beide Märkte quasi geben, so, weil diese kleinen sind wahrscheinlich einfach nochmal insgesamt wendiger, nehme ich mal an, einfach, äh, einfach vom Gewicht her, aber die ist, glaube ich, auf jeden Fall für, wenn man jetzt nicht noch groß sich überlegen will, wie man da irgendwie, keine Ahnung, per 3D-Drucker sich eine Halterung für seine Lieblingskamera drauf macht oder so, äh, ist das, glaube ich, echt ein guter Einstieg, also, Hut ab an DJI, da haben sie auf jeden Fall den, den nächsten Markt für sich erschlossen, äh, der gerade so ein bisschen am, ja, weiß ich nicht, am, am, am Großwerden ist, einfach dadurch, dass viele, die in diesem FPV, äh, in dieser FPV-Branche sind, auch das gerne quasi jetzt so für diese ultra krassen Kamerashots, irgendwie, ich erinnere mich immer, oder man sieht dann immer so Autos, die driften und quasi so Kameras oder so Drohnen, die da so hinterherfliegen und, äh, während die driften, dann vor denen einmal rum und was weiß ich, was du halt irgendwie ansonsten mit keiner anderen Technik machen könntest, ähm, und das gepaart eben mit den guten Kameras von DJI ist natürlich nicht schlecht, also, äh, interessant, interessant. Das Blöde ist halt immer, dass diese Videos suggerieren, als wäre das mega einfach. Das dachte ich nämlich auch am Anfang mal vor, vor zwei Jahren, wo ich mir das angeguckt habe und dachte so, okay, ja, komm, okay, du fliegst durch so ein Betrieb, äh, durch so ein Industriegebiet da und dann fliegst du einmal mit deinem Kran durch und so, wie schwer soll das bitte sein, ähm, und, äh, wenn man sich damit ein bisschen genauer befasst, dann sieht man, dass es wirklich extrem schwer ist und du wirklich eben durch diese, also, du musst ja für diesen krassen manuellen Modus sogar die, die Fernsteuerung nochmal, also, die, die, die Remote, die bei DJI dabei ist, sogar nochmal ummodellieren, ne, du musst hinten die Klappe aufmachen und dann zwei Schrauben lösen. Weil du hast es ja sonst so, dass die Steuerknüppel quasi immer mittig ausgerichtet sind, ne, und immer von alleine zur Mitte zurückspringen, aber bei diesem manuellen Modus, wie halt eine FPV-Drohne halt fliegt, ist es eben nicht so. Da ist der unten und jede Bewegung lässt die Drohne, also, wenn du es hochdrückst, ein Stück, dann fliegt die Drohne halt quasi nach oben und du kannst wirklich die Höhe damit regulieren, äh, von, von Null auf 100%, sag ich jetzt mal, von, von unten nach oben. Und, ähm, wenn du das nicht machen würdest und der wäre auf seiner Nullposition, was die Mitte ist, dann würde die Drohne einfach nach oben schießen die ganze Zeit, wenn du diesen Modus reingehst. Deswegen kannst du den noch, musst du den noch nochmal extra bestätigen dann. Aber ich meine, also, allein da geht's schon los, aber nur damit kannst du dann auch so Loopings machen und es gibt ja Leute, die dann die Drohne so fallen lassen, so, wo du kurz, wo du richtig siehst in den Videos, wo einfach mal nix passiert, die so fünf Meter nach unten fällt und dann weiterfliegt. Das ist Wahnsinn. Äh, weil, das mal sehen möchte, einfach mal bei FPV, äh, bei YouTube eingeben, äh, zum Beispiel so Sachen wie, ich musste mal dieses God-Mode-On-Video denken, heißt eins davon, glaube ich, von so einem krassen Typen, das hat auch irgendwie drei Millionen Aufrufe, auch in diesem Industriegebiet, das ist Wahnsinn. Also, aber wie gesagt, es suggeriert halt, dass es einfach ist, aber das ist es eben nicht. Und deswegen sollte sich jeder sicher sein, wenn er sich das Ding kauft, ist man nicht auf einmal der Mega-FPV-Pilot, ähm, und, äh, hat da richtig was drauf. Weil eigentlich ist es in diesem normalen Modus erstmal langweilig, glaube ich, weil da kannst du auch mit einer normalen Drohne fliegen, du hast halt ein bisschen mehr Wendigkeit, ein bisschen mehr Geschwindigkeit und das ist bestimmt schon super cool. Aber eigentlich, und das ist eigentlich auch das, was mich so ein bisschen triggert, will ich eigentlich auch in diesem manuellen Modus mal fliegen und wirklich mal wenigstens auf einer freien Fläche versuchen, ähm, äh, das irgendwie mal hinzukriegen, aber natürlich nicht ohne Übung. Deswegen nochmal zwei Sachen dazu zum Thema Übung. Erstens finde ich mega von DJI, sie haben quasi einen Simulator mit eingebaut, also du kannst zu Hause, äh, dir die Brille aufsetzen, dann ein Handy anschließen und dann mit dem Controller, der dabei ist, über die Brille quasi Simulator fliegen und, äh, so das wirklich üben und das sieht wirklich gut aus. Also das ist jetzt nicht irgendwie so in so einem, äh, virtuellen grünen Cyberspace-Raum, wo du mit so einer kleinen Drohne dann rumfliegst, sondern das ist wirklich mit einer Landschaft und so und mit Gebäuden und, äh, da kannst du halt wirklich diese Flugeigenschaften der DJI FPV eben erlernen und dich damit halt, ähm, ja, bekannt machen und dann halt mal gucken und, und das empfiehlt auch jeder, das wirklich, wenn man das fliegen will, erstmal wirklich, 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 wirklich lange zu üben, bis man sich da wirklich rantraut. Und, ähm, das Zweite, äh, ist, es ist ja so, also, du hast es ja gesagt, es gibt diesen normalen Modus, da ist erstmal alles so wie immer, also dann ist auch, es gibt ja nur einen Sensor vorne, der ist dann quasi an, ähm, man kann nicht irgendwo gegenfliegen, dann gibt's den Sportmodus, der diesen Sensor vorne aushebelt und halt eben nochmal schneller macht und dann halt diesen manuellen Modus, der alles aushebelt und noch schneller macht und dann geht's halt wirklich los. Und, ähm, was DJI aber eingebaut hat, ist auf der Fernbedienung eine Pause-Taste quasi. Das heißt, wenn du irgendwann mal die Kontrolle verlierst, und das kann halt auch mal schnell passieren, wenn man da so rumjagt irgendwie durch irgendwelche Wälder oder irgendwas, äh, kannst du diese Taste drücken und, äh, die Drohne wird einfach stehen bleiben in der Luft. Also, ne, dieses, äh, dank GPS da und dem ganzen Kram dann. Ich weiß nicht, ob das in diesem manuellen Modus funktioniert auch noch, weil das würde eigentlich dem ja widersprechen, ähm, aber du kannst es trotzdem drücken und dann wenigstens im normalen und Sportmodus, äh, die Drohne so ein bisschen austarieren und dich erstmal wieder konzentrieren, weil ich glaube, es ist auch wirklich nicht einfach mit so einer Brille und dann quasi wie, wie ein Vogel, sag ich jetzt mal, äh, das alles zu sehen, ja, und da durchzufliegen und, äh, sich zehnmal im Kreis zu drehen und so, äh, da kann man einem auch, glaube ich, schnell, äh, ein bisschen übel werden, ja. Also, wenn Leuten schon in VR quasi übel wird, wenn sie sich bewegen, quasi aber nicht in echt bewegen, sondern nur per Joystick, ich glaube, wenn du so Leuten so eine FPV-Drohne aufsetzt und dann irgendwie am Ende noch für die fliegst, ist es vorbei mit denen, so, kippen die einfach um. Aber es ist alles in allem wirklich, also ich sag euch wirklich, mir kribbeln die Finger, also ich hab da echt Bock drauf, ähm, äh, vielleicht hab ich auch schon bei DJI gefragt, ob ich die mal ausprobieren darf, ähm, einfach um, einfach mal, um das zu, ich will das einfach mal erleben, so, ich hab auch, äh, äh, extrem Angst, die zu versenken irgendwo, ja, ähm, einfach damit vielleicht nicht so, äh, ganz auszukommen, aber ich will das halt mit dieser Brille, auch wenn man damit vielleicht ein bisschen doof aussieht, aber, äh, obwohl es eine der cooleren Brillen auf dem Markt ist, muss man dazu sagen. Die sieht schon extrem nice aus, also, ich hab mich direkt an Cyberpunk erinnert. Ja, stimmt, ähm, und, äh, aber ich will es unbedingt mal machen, also, ich, äh, mal schauen, ja, was da rauskommt und wenn nicht, ob ich dann eine private Anschaffung, äh, machen muss, um es wenigstens, äh, mal auszuprobieren, weil ich mich, wie gesagt, für das Thema auch schon länger interessiere, aber diesen ganzen Hassel drumherum, äh, quasi, da, da keine Lust drauf habe, aber einfach, ja, mich damit irgendwie löten und solchen Geschichten auseinanderzusetzen, da hab ich einfach keine Zeit für, auch keine Lust drauf. Und, ähm, ja, und mit der DJI-Brille, wie gesagt, also, wenn man mal das vergleicht, wenn man sich mal so ein FPV-Video anguckt, sieht man meist ja immer, also, eine normale FPV-Drohne hat ja zwei Kameras, eine, um das zu filmen, und die andere, um das Signal quasi analog, in dem Fall, auf die Brille zu geben, und, äh, das sieht halt auch immer aus wie Käse, ne, also, dieses analoge, also, wenn du auf der Brille da hast, das kann ja wirklich nicht gut aussehen, und du hast ja grad gesagt, die, die FPV von DJI hat halt nur eine Kamera, äh, die eben mit 4K 60 FPS, äh, das filmt, dass auch dein Videomaterial nachher ist, und natürlich aber auch, und das ist halt der große Vorteil, dass DJI digital eben an die Brille weitergibt, nicht analog, was eine extreme Reichweite ausmacht, und, äh, ähm, du halt immer eine sehr gute Verbindung hast, ja, auch wenn du hinter Bäume fliegst, und so, dass da nicht auf einmal die, die, das verloren geht, oder sowas, ja. Da ist natürlich gut zu wissen, dass es jetzt nicht, dass DJI sich das, also, das erfunden hat, sondern das Problem war vorher immer die Latenzzeiten, dass analog einfach, ähm, in der Verbindung sehr, sehr, sehr viel schneller ist, und wenn man halt so eine Drohne irgendwie Millimeter an irgendwas vorbeisemmelt, dann willst du dann nicht eine, keine Ahnung, alles über 15 Millisekunden wahrscheinlich, äh, an Latenz haben, äh, und die haben jetzt quasi mit ihrer Ocusing-Technologie, äh, es geschafft, das so weit runterzubringen, dass es sich tatsächlich, also, dass es schon sehr vergleichbar ist, das wird wahrscheinlich nicht genauso schnell sein, kann wahrscheinlich gar nicht genauso schnell sein wie analog, aber dafür hat man eben die Vorteile von digital und eine ziemlich gute Latenz. Ja, ja eben, also auch vor allem diese Qualität so ein bisschen, ne, dass du das, äh, halt auch durchgängig halt nicht so Abbrüche hast und sowas, ich stelle mir das halt so cool vor, wenn du halt wirklich dann, also du hast ja kein Telefon angeschlossen und dann diese Brille auf und hast die ganzen Werte, äh, quasi vor dir, äh, dann auf der Brille, also irgendwie muss ich da, äh, muss ich mir das mal angucken, das, äh, ist tatsächlich... Nächste Woche auf jeden Fall so, ja, Jungs, ich hab, äh, kleines Update, ich hab mir die DJI-FV-Drohne gekauft, ähm, hab ich nicht mehr aushalten können. Das ist halt schon echt teuer, ne, also, ich war, war mir bewusst, dass es teuer wird, so, aber so teuer, plus DJI-Cable Fresh, also das, ich hab das noch nie gekauft für keine DJI-Drohne, vorher, aber bei der wär's wirklich angebracht, ähm, äh, dann bist du schon bei 1500 Euro mal, mal so, und das ist schon, schon ordentlich, obwohl, wie gesagt, du kriegst halt auch eine Brille dazu, du musst jetzt nicht irgendwie erst, nur die Drohne kostet 1300 Euro, und dann musst du dir noch diese Goggles dazu holen, und vielleicht noch das, und vielleicht noch das, sondern, ähm, ich find's ein bisschen schade, dass die nur einen Akku dabei packen, das ist ja normal, aber es gibt ja immer zwei, zwei Pakete bei DJI, ne, äh, so, gut, da muss man sich halt auch noch 450 Euro wieder noch einen Akku kaufen, wenn man länger fliegen will, aber wo ich mir vorstellen kann, nach 20 Minuten FPV fliegen, ist man auch erst mal, äh, vielleicht, äh, ganz gut beraten, mal die Brille abzunehmen, und sich erst mal kurz ein bisschen auszuruhen, ja, kann ich mir gut vorstellen. Naja, irgendwann vielleicht mehr dazu, wer weiß, ja, vielleicht kann ich irgendwann, äh, noch mehr dazu sagen. Dann gehen wir weiter im, äh, im Text, und zwar gibt's da ein paar Sachen zu, äh, Big Sur Beta 11.3, Tim. Ja, ich hatte gelesen, dass, ähm, es in einigen Regionen wohl dazu kommen soll, dass, äh, in der, oder dass in dieser 11.3 Beta, äh, dieses Rosetta 2, was quasi es ermöglicht, ähm, Programme, die für Intel-Prozessoren, also für x86-Prozessoren sind, äh, on the fly auf ARM-Prozessoren auszuführen, also mit dem M1-Chip. Und das soll scheinbar rausfliegen in einigen, ähm, Regionen. Es ist jetzt noch nicht so genau klar, in welchen, äh, und auch noch nicht genau klar, warum. Es wird so ein bisschen spekuliert, dass es vielleicht irgendwie auf, so Rechte-mäßig oder so ist, dass sie da, keine Ahnung, in manchen Regionen einfach die Rechte für diesen, die, 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 die Technik, die sie da nutzen, nicht haben. Aber so 100 Prozent weiß es aktuell keiner. Das wäre natürlich, ja, nicht so nice, sagen wir es mal so. Ähm, ich meine, die Entwickler sind, Entwickler sind ja alle schnell dabei, ähm, M1-native Apps zu schreiben, so, und ihre Apps quasi umzumodellieren. Äh, das wissen wir auch von den, von den Malware-Anbietern, die sind da ja auch sehr schnell hinterher gewesen. Ähm, aber es ist halt, wenn es tatsächlich jetzt so kommt, dass es in irgendeiner großen Region, was weiß ich, wo das auch wirklich, also, lass es Deutschland oder Frankreich oder, äh, keine Ahnung, äh, Teile der USA oder was weiß ich sein, ähm, dann wäre das natürlich ein ziemlich harter Schlag gegen den M1-Prozessor, äh, gerade in dieser wichtigen, ja, Phase, wo es, in dieser Transition-Phase, ja, wo jetzt erstmal noch wichtig ist, dass alle Programme funktionieren und wenn die quasi dann alle, äh, eine native App haben, dann ist das egal, aber, äh, bis dahin wäre das halt, ja, übel, weil dann viel weniger Leute sagen, ja gut, dann, dann nehme ich ein M1-Mac, weil, wenn dann die Programme nicht funktionieren, dann sagen sie, ja, da bleibe ich lieber dann doch bei meinem Intel-Mac oder so, ähm, ja, wird interessant, äh, mehr dazu habe ich tatsächlich noch nicht, es ist alles nur, hat irgendjemand in irgendwelchen Beta-Sachen gefunden und, äh, ja, wir wissen noch nicht in welchen Regionen, aber wenn es da ein Update gibt, dann, ja, sage ich nochmal was dazu. Genau, ich habe das auch gelesen und, ähm, erst gar nicht so gerafft irgendwie, dann habe ich es nochmal überflogen, aber dann ist mir auch, habe ich auch überlegt, wo kommt das, also wo ist da der Hintergrund, ja, also weil es wirklich kaum eine Begründung zu finden ist, wie du schon gesagt hast, dass man irgendwie eine Begründung wüsste, warum sie es halt eben machen, ähm, aber ja, wie du schon auch meintest, ich kann mir auch nur vorstellen, dass es irgendeine Regulation, irgendwas gibt, also, warum sollten sie von sich aus das machen wollen, ähm, das bringt ihnen ja nichts, ne, da kommen sie ja nicht weit mit, ähm, es würde ja nur ihr Produkt quasi zerstören, irgendwie teilweise, von daher, äh, ja, gutes, gutes Ding, ja, lass uns da nochmal updaten, wenn wir da was, wenn wir da was, äh, zugefunden haben oder da irgendwie mehr wissen, ne, dann gibt es, Gerüchte, ich hab ja gesagt, wir bauen unsere Folgen auch gerne auf Leaks und Gerüchten auf, ähm, zum neuen iPad Mini, was wir ja auch schon so ein bisschen mal besprochen hatten oder gesagt haben, das könnten wir uns sehr gut vorstellen, und, äh, das soll eventuell vielleicht doch jetzt, dann irgendwie demnächst, wer auch immer, äh, wie auch immer, weiß man nicht, ähm, doch kommen, ja, und zwar nicht nur, wie wir es jetzt gesagt haben, wieder an dem alten Design, ähm, dann wahrscheinlich in dem neuen, ja, in dem neuen iPad Pro Design, Kalle, was meinst du, kommt, sehen wir das, würdest, findest du es gut, findest du es nicht gut? Ja, auf jeden Fall, also, ich bin nicht Zielgruppe, also, das steht fest so, aber ich find's megageil, generell, wenn, äh, wär's Quatsch, glaub ich, dann noch, äh, in der, in dem alten Design zu bleiben, also erst erstmal davon, ne, also, ähm, und ansonsten hat's ja eh ein Update nötig, würd ich mal sagen, und wahrscheinlich auch verdient, ähm, ich mein, Tim ist ja heiß drauf, ja, also das sind tatsächlich Neuigkeiten, auf die hab ich sehr, sehr lange gewartet. Ja, also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die überhaupt nochmal im alten Designer irgendwie, irgendwie was fahren noch, also, dass da überhaupt nochmal was kommt, auch vom, vom, vom Standard, vom Standard, nicht, also irgendwie müssen sie ja jetzt mal das als Standard festlegen, als neues, und da würdest du es ja perfekt mit reinspielen. Es gab halt schon Gerüchte, dass es quasi nur ein normales Refresh bekommt, so, äh, und das hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen fertig gemacht. Äh, es ist aber öde, ne, also es ist absolut öde, ich glaub, das will keiner sehen. Ich würd's ihnen halt zutrauen, also, weil das iPad Mini haben sie ja eh schon immer so ein bisschen, ja, wie so ein, keine Ahnung, Stiefkind oder so aufgezogen. Äh, ja, deswegen, bitte, lass es genauso kommen, wie es in den Leaks war, auch die, also, die Größe soll dann das Volvo quasi insgesamt nicht mehr so hoch sein, dafür ein bisschen breiter halt, also wie im Prinzip wie ein geschrumpftes iPad Air, wenn das so kommt und mit laminiertem Display, aber gib ihm, dann hab ich auf jeden Fall ein neues iPad. Ich auch. Aber es ist, ist es, ist es so, dass das das underrated ist so, das iPad Mini? Für mich, absolut. Weil ich glaub, viele nimm das einfach nicht ernst, so als iPad oder irgendwas, ne? iPhone 12 Mini hat sich ja auch nicht so gut verkauft, ich weiß nicht. Ja, gut. Ich glaube, viele sagen halt einfach so, warum ein Mini kaufen, vor allem, weil der Preis halt immer schon heavy war, wenn du jetzt nicht gesagt hast, okay, äh, ich will nur ein günstiges iPad, so, dann gab's halt immer das billige iPad und wenn du sagst, ich will ein iPad, dann warst du ja meistens bei dem Air. Äh, für mich war das iPad Mini halt einfach, ich hatte ja erst das Air 2 und bin dann aufs Mini gegangen, weil ich das zu nervig fand, das, das große immer zu haben, weil für den Content, den ich darauf gucke, war es halt nicht wichtig, so ein großes Gerät zu haben, so, weil es sollte halt größer als mein iPhone sein, damit ich darauf irgendwie Serien oder so gucken kann, aber halt nicht so riesig, dass es so unhandlich wird und mein absolut Lieblings-Einsatzgebiet für das iPad ist halt einfach, entweder im Bett halt schauen, beziehungsweise damals, äh, früher vor dem Krieg, als man noch verreisen durfte, vor dem Corona-Krieg, ähm, das quasi ins Handgepäck zu packen und dann einfach, wenn man da sitzt, äh, und auf den Flug wartet oder im Flugzeug selbst, damit halt Videos zu schauen, ohne halt so ein riesen Gerät immer mit sich rumschleppen zu müssen und dafür war es für mich einfach immer, oder ist es immer noch genial. Ich kann das, äh, also jetzt fürs Daily-Use nicht mehr, würde ich auch nicht mehr können, aber ich finde es trotzdem, ich fand es schon immer ein mega gutes iPad, also, ich habe, glaube ich, damals, als das erste rauskam, glaube ich, mein normales iPad sogar verkauft, um mir das Mini zu holen, einfach aus diesem, also diese Handlichkeit, das war einfach, äh, es war einfach geil, also es war wirklich so, äh, man konnte gut damit arbeiten, ja, also das, oder halt einfach das gut benutzen, so im ganzen, äh, im ganzen Tag. Wenn wir vielleicht kurz auf ein paar Specs eingehen, also ich glaube, das sind jetzt keine großen Überraschungen, also es sollen, äh, wenn dann 8,9 Zoll werden, also schon ein bisschen größer, zumindest Displaygröße, ne, äh, äh, als das alte, das sind ja 7,9, glaube ich, ne, Tim, das normale iPad Mini, das, glaube ja, mit den Bezels noch, ja, das, ich glaube ja. natürlich Apple Pencil Support, USB-C wohl auch, ähm, also das neue iPad Air and Klein, äh, auch eine Kamera und so, und das reicht ja auch alles, ja, da müssen jetzt nicht 3 Kameras drin sein, das braucht kein Mensch, und, ähm, Touch-ID eventuell, oder Face-ID, obwohl ich glaube, dass es eher Touch-ID ist, also, wahrscheinlich ja, dass sie dann Face-ID wirklich dem, dem, äh, dem Pros überlassen, um dann sich noch irgendwie ein bisschen, bisschen abzugrenzen, aber ich sag euch so, wie es ist, also ich find's mega, und, äh, das wär mein Home-iPad für Home-Steuerung, dann für die Wand, also das, äh, dekadent, ja, aber ich, ähm, das sieht einfach besser aus, als, als so ein komisches iPad, so ein altes, da an die Wand zu hängen, wenn du einfach ein gutes Seidenfeld hast. Ich wollt grad fragen, ob du jetzt, also, ob du das eintauschen würdest, jetzt gegen dein iPad Pro, was du hast? Nee, eintauschen nicht. Auf gar keinen, okay. Also, das iPad Pro-iPad, das kam mir erst grad zuvor, aber, nee, nee, also das wäre dann, wäre ein zusätzliches iPad, ja, quasi nur, um das quasi an der Wand oder wo auch immer zu befestigen und da dann mein ganzes Zuhause mit zu steuern, als, als Fernbedienung quasi, ja. Aber, ja. Also, ich muss ja sagen, für meine Verhältnisse wäre ja quasi das, das iPad Mini das Einzige, was noch sinnvoll für mich wäre, weil alles andere wäre ja zu dicht an meinem iPad Pro dran, so, von, einfach nur von der, von der Sparte her, ne, aber wenn du grad sagst, für, für HomeKit verwenden oder das Home-iPad, das ist ja ein sehr, sehr guter Gedanke, finde ich auf jeden Fall. Also, das ist auch ein teurer Gedanke. Ich hab jetzt gerade ein normales iPad, so ein 2017er oder sowas, das ist auch okay, aber es sieht halt nicht so cool aus an der Wand, muss man halt einfach mal sagen. Und, äh, ich hatte auch, ähm, tatsächlich schon ein oder zwei Mal in den letzten Wochen eventuell den Gedanken, mir so ein neues iPad Air zu holen, einfach nur dafür, weil es dann einfach gut aussehen würde, aber es steht natürlich in keiner Relation, muss man einfach, so ehrlich muss man einfach sein, ähm, aber so ein iPad Mini wäre, wäre es das, wäre völlig okay, ja. Man will ja auch nicht, dass, wenn du Besuch hast, irgendwann mal wieder, dass da irgendjemand was sagt, was du für ein altes iPad da hast. das kannst du ja niemandem zeigen. Und, ähm, zumal wenn das an der, ich sag eine Sache, ja, also wirklich, das kann vielleicht jetzt nicht jeder verstehen, aber das ist für mich wirklich wichtig, weil man sich auch so dran gewöhnt hat, das alte iPad von 2017 oder vorhin, das ist keine Ahnung, das ist an der Wand eben nicht so cool, weil es einen Homebutton hat und kein Tap to Wake und das, ähm, Tap to Wake ist da wirklich, äh, wichtig, ja. also wirklich wichtig an der Wand, weil du jedes Mal, dass an dieser Halterung, jedes Mal irgendwie den Homebutton erstmal auch drücken musst oder so oder den, den, den anderen Button, dann, ähm, ist das eben nicht so cool, ja, und, äh, so rauftippen und dann geht das an oder es geht halt, wie ich mal erklärt hab, mit Notification über Bewegungsmelder an, gut, das ist dann noch eine andere Kiste dann, kann auch nicht jeder machen, ähm, deswegen, also das Tap to Wake ist halt so das, worauf ich eigentlich, ähm, äh, hinaus will und ich hab ja hier so eine Wandhalterung da, hab ich auch schon ein Video dazu gemacht, aber irgendwie drück ich mich noch so ein bisschen davor, die anzubringen, weil ich immer denke, da kommt noch bald ein anderes iPad und da muss ich irgendwie diese, dieses Klebeding, was da dran ist, irgendwie auf das neue iPad, vom alten iPad ab und aufs neue iPad draufkriegen und das ist, glaube ich, nicht so easy, ähm, und irgendwie warte ich noch, aber ich will das eigentlich auch an der Wand haben, also es ist alles sehr, sehr schwierig, mein Leben ist wirklich, äh, einziges Drama, kann man, glaube ich, nicht anders sagen, ähm, wirklich schlimm. Also es ist ja die, es ist ja die Frage, dass, ob, ob auch ein normales iPad, ein ganz normales Consumer-iPad, irgendwie, in dem selben Stil, mal irgendwann rauskommt, ne, also ob, ich glaube, da werden sich immer, obwohl das iPad Mini ist ja eine, das iPad, der ist ja auch ein Consumer-iPad, eigentlich, ne, das ist ja nicht für irgendwie Pros oder so gemacht, oder, obwohl es alles kann, was ein Pro-iPad kann, also außer Face-ID und 120 Hertz, ähm, ist es das ja eigentlich, also, ich hätte persönlich nichts dagegen, wenn sie ihr ganzes Line-Up auf dieses Design umstellen, dann hat man eine klare Linie, dann haben wir das wie bei den iPhones, die sehen alle auch gleich aus, haben alle unterschiedliche Größen und, äh, können alle, unterscheiden sich halt vielleicht ein bisschen in den Funktionen oder in der Anzahl der Kameras oder was auch immer und dann wäre das auch okay, aber gut, Apple, also da, da werden wir nie von wegkommen, Apple braucht halt ein unter 300 Euro Education-iPad, die brauchen die halt, äh, das irgendwie mit dem Pencil geht und wo du vielleicht eine Tastatur anschließen kannst und das kannst du ja mittlerweile auch bei den Standard-iPads machen, äh, ich glaube, davon werden die nicht abrücken und dem werden sie niemals das supergute neue Design geben, vielleicht maximal das alte R-Design mit den noch dünneren Rändern, ähm, aber ich glaube, auf dieses neue Design gehen sie damit nicht und weil dann kostet das wieder über 500 Euro und dann ist es eben nicht mehr das, was es sein soll, glaube ich nicht. Aber es war ja immer so, dass das iPad Mini war ja immer teurer als das normale iPad, ne, aufgrund der Specs oder so immer und deswegen konnte es ja immer keiner verstehen, weil du, du siehst einfach ein kleineres Gerät und ist aber teurer und keiner kapiert warum, so auf den ersten Blick, ähm, der normale Konsum auf jeden Fall, ähm, und das, also, wenn sie jetzt das neue iPad Mini jetzt ultra günstig machen, also wirklich dann dafür, also das iPad quasi, das normale ersetzen damit, ne, oder das gar nicht iPad Mini nennen, sondern einfach iPad und das einfach kleiner ist oder so. Geht ja auch. Das sollen sie auf gar keinen Fall machen, weil dann haben wir das Problem, dass sie vielleicht dann ohne laminiertes Display kommen oder so. Ich will, dass es ein richtig gutes iPad ist, also ein iPad Air Mini. Das brauche ich, so. Ja. Einfach, es soll auch Touch-ID haben im Button, äh, da geht's mir gar nicht so krass um den Preis, dann kostet halt quasi, dann sollen sie es so machen, sie nennen es iPad Air Mini, so dass es quasi eher zum iPad Air gehört und das iPad, das normale quasi einfach immer noch das billige Gerät ist und dann bleibt halt das iPad Air Mini unter dem Preis vom iPad Air, aber über den Preis vom normalen iPad. Was ist denn der Preis vom iPad Air? Oder was, das ist, was ich gerade die ganze Zeit überlege, was meint ihr denn, was das iPad Mini kosten wird? Oder was es kosten wird und was es kosten sollte? Das sind ja auch bei Apple zwei unterschiedliche Sachen. Habt ihr eine Idee? Also ich hoffe, dass es für 350 daherkommt. Niemals. 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 Also du hoffst es, dass es jetzt schon, was cool wäre, aber, äh, genau. Also das iPad Air normal kostet bei Apple 649 Euro und, ähm, ich nehme, würde einfach mal sagen, dass das iPad Mini vielleicht, also, vielleicht so 500, ne, 479 oder sowas oder 529 Euro oder so. Ach, ist auch für die Wand schon ganz schön teuer. Also 400, man weiß ja einfach, dass damals ein iPad normales da war, was 350 gekostet hat. Das konnte zwar nichts, das gibt es doch auch. Das gibt es ja auch weiterhin. Das ist noch aktuell, Das ist ein normaler iPad, klar. Ja, ja. Das ist ein Standardding, was halt jeder. 79 oder 389 oder so. Ne, also im Deal kriegst du das auf jeden Fall für 300 Euro, 310 oder so. Okay. Und das iPad Mini. Genau, aber das hat ja auch, das ist ja auch Pencil, Pencil-Unterstützung und, ja. Also ganz normales iPad und ich, das muss irgendwie bleiben. Also genau, also in dieser Preissparte muss irgendwie eins bleiben. aber trotzdem sollte, äh, das normale iPad oder welches auch immer trotzdem in der, in dem Design Line-Up halt angeglichen werden. So. Also das, also redet ja auch niemand davon, dass sie quasi das billige iPad ersetzen. So, also das kostet UVP übrigens 370 Euro. Ja. Ähm, und das iPad Air Mini quasi, wird dann halt einfach mit neuem Design kommen. Wie Basti gesagt hat, das normale iPad kriegt, das iPad Air Design mit den dünneren Rändern, aber quasi nicht das neue, neue Design. Ähm, ohne quasi Homebutton. Ähm, und dann wird das gleich auf den gleichen Preis hinauslaufen. Vielleicht, vielleicht 479, äh, für das iPad Air Mini oder 519 oder sowas. Also Apple hat uns, also wir können uns ja vielleicht auch ganz einfach machen. Apple hat uns das ja quasi schon vor die Füße gelegt. Äh, das iPhone 12 kostet 799 Euro, äh, das iPhone 12 kostet 899 Euro und das iPhone 12 Mini kostet 799 Euro, ja. Also kostet 100 Euro weniger und ist ja am Ende das gleiche Gerät, nur kleiner, ne. Also 100 Euro Unterschied. Und wenn wir von einem iPad Air Mini ausgehen, würde ich sagen, es ist dasselbe Gerät wie das iPad Air, eben nur kleiner. Und da sind wir vielleicht, wenn es gut läuft, wie Tim schon gesagt hat, tippe ich auch sowas so 549 wahrscheinlich oder so. Vielleicht, wenn Apple richtig gut drauf ist, 499. Das wäre natürlich, ähm, gut, ja. Sehr, sehr gut. Aber ich tippe auch, dass sie da so ein bisschen vielleicht diesen 100 Euro Preisunterschied lassen, weil du ja wirklich eigentlich nur weniger Material bezahlst, so, und dasselbe Gerät bekommst, ja. Und das könnte vielleicht, vielleicht, das ist nur so ein bisschen dahergeleitet, könnte vielleicht ein Indiz sein oder ein Weg sein, wie man sich das eventuell ausrechnen könnte. Ja. Ja. Aber ich bin total dabei, also ich finde das auch, es darf nicht zu teuer sein, gut, man muss es ja nicht, also man muss ja nicht alles bei Apple kaufen, äh, und dann, dann, äh, kommt man da sicherlich auch ein bisschen besser bei weg, das, ähm, da wäre ich aber auch wirklich dabei, also das wäre wirklich für die Wand, äh, wenn das von der Größe her, stelle ich mir das eigentlich ziemlich cool vor, das reicht ja auch, ähm, und dann, dann ist das, äh, perfekt, also da freue ich mich sehr drauf, und da kann man nur hoffen, dass wir das in dem vielleicht bald kommenden März-Event vielleicht sogar schon sehen, oder vielleicht auch noch ein bisschen später, also ich glaube, die Gerüchte waren erste Jahreshälfte jetzt, 2021, äh, das ist also noch ein bisschen hin, obwohl so lange ist es eigentlich auch gar nicht mehr, noch drei Monate, vier Monate, dann ist sie das halbe Jahr auch schon wieder, aber die erste Hälfte schon wieder rum, also es ist, es könnte zum Greifen nah sein, wir werden dranbleiben und gucken, was sich da noch so ergibt, ja, also wir erwarten, ihr seht, wir erwarten einiges von Apple dieses Jahr, da kommt ein bisschen was, was eventuell auch kommt, das ist auf Twitter aufgetaucht, ist ein neuer Apple-Pencil, ähm, der sah tatsächlich, äh, unspektakulär aus, weil er halt einfach aussah wie der aus der, der jetzige, also nur ein bisschen mehr so, mit so einem, ja, ein bisschen glänzendere, äh, ja, so ein bisschen glänzendere, äh, Oberfläche und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht und ich muss tatsächlich sagen, mir ist nicht eingefallen, was ein neuer Apple-Pencil anders machen sollte, äh, Kalle, du als intensiver Apple-Pencil-Nutzer, gibt's irgendwas, was du jetzt sagst, an dem für, also der zweite Generation Apple-Pencil natürlich, ne, der, der magnetische, ähm, fehlt dir irgendwas, ist irgendwas, wo du sagst, das, das bräuchte ich eigentlich noch, das müsste der noch können? mir sind keine Probleme aufgefallen, sag ich mal so, also, man nutzt ihn jeden Tag, irgendwie, aber, so richtig, richtig drüber nachgedacht, was eigentlich besser sein könnte, hat man irgendwie noch nicht, also ich hab das auch mitbekommen, mit dem, mit dem neuen Apple-Pencil, aber ich wüsste auch nicht, was daran noch gemacht werden sollte, also ich hab, ich hab bis jetzt noch keine Probleme, auch nicht gehabt mit der Spitze oder sowas, die ist ja austauschbar, die kann ja kaputt gehen oder sowas in der Art, dass man da irgendwie das optimiert, aber auch von der, von der ganzen, von der ganzen Führung her, von diesem, von den Schrägstellen des Apple-Pencils, dass sich da, da irgendwie was ändert, mit dem Double-Tap, ist sehr, 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 sehr coole Funktionen und Lösungen, ähm, nutzt du das viel, das Double-Tappen? Ja, auf jeden, ja klar, ich wüsste gar nicht, wie ich das ohne, also, dass ich immer zum, immer zum Radiogummi hin sollte, also, das wäre ja, das würde ja viel zu lange dauern, ey, nee, ich nutze es eigentlich nur, ja, gerade wenn man Procreate jetzt arbeitet oder so, dann schnell mal wegmachen, wieder hinmachen und weg, das geht total schnell mit dem, ähm, was öfter passiert ist, dass er umstellt, ohne dass man bewusst Double-Tappt, vielleicht gibt's da noch eine bessere Lösung in Zukunft, bei dem Neuen, du wüsst jetzt nicht welche, ähm, aber ansonsten, ich weiß es nicht, würdest du es cool fühlen, wenn du mit der Rückseite radieren könntest zum Beispiel? Ja, das wollte ich genau gerade sagen, ich hatte mal ein Grafiktablett vom Vakuum, ähm, wo ich den Stift umdrehen konnte und der an der Rückseite quasi, ähm, die Funktion auf Radieren umgestellt hat und ich damit halt radieren konnte, ähm, fand, hab ich aber nicht benutzt, an der Stelle, weil ich das nervig fand, um meinen Stift umzudrehen, also, das ist einfach so, na, das kennt man nur von Bleistiften, da ist der Radiommi dran, da ist das vielleicht okay, aber so hab ich das nie genutzt und ich fände es auch überflüssig, wenn das in Apple Pencil eingebaut wird, es sei denn, man kann die Seite extra belegen, also jetzt nicht, dass es zwingend immer der Radiommi ist, so wie beim Double-Tappen, das Double-Tappen, das kann man ja auch, das kommt ja immer auf die App an, mal umstellen, so wie man es, äh, will teilweise, ähm, meistens ist es natürlich immer der, der Change da zum, zum Radiergummi, aber den Pencil drehen, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das so, ob das einem fehlt jetzt, also ich kann es mir nicht vorstellen, ich würde ihn eigentlich nicht so von Haus aus einfach umdrehen, ich bin froh, wenn ich alles damit machen kann, so wie er in der Hand liegt, also auch mehrere Sachen so, also ohne, ohne den Finger zu benutzen halt, um zu drehen und zu radieren nicht. Es ist wirklich nicht so einfach, ne, ich überlege auch die ganze Zeit, was man noch besser machen könnte, also Akkulaufzeit und so, ist ja auch alles kein Problem, ne, das ist ja alles nichts, was einem irgendwie auffällt oder so, weil das Ding halt die ganze Zeit lädt, ähm, ja, ich sag ganz ehrlich, so eine Black Edition wäre mal ganz cool, ja, also so mal so ein schwarzer Apple-Pencil, würde ich cool finden einfach, äh, aber da kennen wir ja Apple, da können wir wahrscheinlich auch eine ganze Weile drauf warten, bis das, bis wir sowas mal sehen, generell schwarzes Zubehör, so wie AirPods und sowas, aber es ist wirklich, ähm, ja, die Spitzen kann man ja auch jetzt schon austauschen, es könnte ja also, dass man so austauschbare Spitzen hat, um so einen anderen Härtegrad oder sowas zu erzeugen, äh, wie man das so von Stiften kennt, ne, so, äh, wie Minen quasi so einen anderen Härtegrad haben können, aber auch das kannst du ja fast alles, glaube ich, mit Druckempfindlichkeit größtenteils irgendwie selber hinbauen. aber das geben ja, das geben ja auch die Apps vor, die ganzen Sachen, ne, also die Spitzen zum Umstellen und sowas alles, also, das ist Quatsch, dann eine Spitze auszutauschen, also, da tippe ich lieber auf meine andere Pinselspitze drauf einmal und dann hat mich die so, ähm, ja, weiß ich auch nicht, also ich, da muss man sich, glaube ich, echt intensiv Gedanken drüber machen, was da noch irgendwie verbessert werden kann. Was mir auffällt, ist diese magnetische Halterung, die ist ja echt, also auch die Ladefunktion und so, das ist wirklich cool, aber man kann beim iPad Pro immer noch den Stift auch, wenn man den nicht richtig drauf macht, dann etwas seitlich drauf machen, dann hält der auch und der lädt aber nicht, weil er nicht mittig ausgerichtet ist. Das passiert sehr oft, finde ich. Vielleicht kriegt der Max-Safe oder so. Vielleicht kriegt der irgendwas anderes, dass du, genau, ja, dass du ihn dir auf dein Max-Safe-Ding rauf und dann lädt der da auch mit. Ja, oder so, aber irgendwas, dass der einfach nicht falsch drauflegen kann. Also, ne, also der, der hält ja an der anderen Stelle auch wirklich, dass er nicht abfällt. Es ist zwar nicht ganz so fest, aber er lädt halt nicht und der ist halt nicht richtig drauf so. Vielleicht kann man das nur optimieren, bestimmt. Aber würdest du deswegen eine neue Generation kaufen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Nicht so? Denke ich nicht. Der muss, nee, also um eine neue Generation Pencil wirklich zu kaufen, da muss er wirklich dann, da müssen sie ja wirklich mit der Funktion um die Ecke kommen. Welche, also. Ist halt ein Stift, ne? Also Stifte sind ja nicht so spannend. Eigentlich nicht. Dass du so viel reinbauen kannst, dass das irgendwie, ich überlege auch gerade, was andere noch können. Hast du von deinem Vakuum noch irgendwas vielleicht, wo du sagst, das konnten die, was du immer gemacht hast? Also ich habe an meinem Vakuum Pencil, habe ich noch zwei Knöpfe dran, die man ja selbst belegen kann. Also da habe ich ja zum Beispiel Pinselstärke größer, kleiner machen. Kann man vielleicht auch durch, durch, durch einen Wisch irgendwas, ne, also an der Seite, so, dass man nicht Double-Tapper, sondern auch was zum Wischen, so. Was aber, was ich mir vorstellen kann, was da ja noch, noch mehr aus Versehen passieren könnte. So, aber diese Funktion nutze ich natürlich, wenn ich am Computer arbeite, so, mit dem, mit dem Stift. Vielleicht die Kompatibilität, vielleicht zu anderen Produkten, aber das wäre Quark für Apple. Also ich, aber man muss ja sagen, der, 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 der Sprung vom ersten Pencil zum zweiten, der war ja eigentlich völlig klar, so, ne, das. Und riesig war der auch. Und riesig, ja, mit dem, mit dem Laden schon vor allem, mit dem Randstecken und das, ich glaube, das wollte von Anfang an nie einer machen, wie die erst, also, ähm, aber jetzt noch so einen Sprung, also so einen Sprung wieder zu machen, ey, also, weiß ich nicht. Also da wäre ich sehr, also ich bin sehr gespannt, was da passieren soll. Ist ja auch nicht mal, dass man jetzt irgendwie sagt, der wird irgendwie leichter oder dünner oder dicker oder so. Der hat, ich finde, der hat ein sehr gutes Gewicht, also eine echt gute Gewichtung so, wie der in der Hand liegt. Ähm, ja. Erfolge. Ich bin auch sehr ratlos, also ich bin wirklich sehr, sehr ratlos und habe gar keine Idee. Ähm, aber ich wollte es trotzdem mal hier mit einbringen, um einfach mal ein paar Ideen zu sammeln. Vielleicht hättet ihr ja noch was gewusst oder euch, lag euch noch was auf dem Herzen, wie ihr. Hinten, wie beim Kugelschrei, aber hinten so ein, so ein Klick drauf. Ja. Dass da irgendwie irgendeine Funktion drauf liegt, also so ein, so ein, so ein, aber so ein Tab-Button, wie bei den AirPods Pro zum Beispiel, dass man da hinten irgendwie raufklickt und dann passiert irgendwas, kann irgendwas umstellen oder noch irgendwie was, dass man nicht nur den Doppeltab hat, sondern auch ein Dreifachtab vielleicht, was ja eigentlich auch nur eine Softwareanpassung wäre, das könnte ja der aktuell auch. Ähm, aber hinten nochmal ein, nochmal was anderes drauf, um irgendwas anderes zu wechseln oder so. Ähm, das wäre möglich, ja. Diese AirPods, ähm, Klick-Technologie finde ich eigentlich ganz interessant dafür, also, das quasi so ein bisschen größeren AirPods-Stil, dann ist es ja dann quasi nur, wo du mit, mit genug Kraft dann drücken kannst, um das halt auszulösen, würde halt auch diese versehentlichen Doppeltipper halt dann, wie bei den ersten AirPods halt, ne, das ist es genau, äh, dann so ein bisschen Wettmachen irgendwie, ja, also, dass man da dann auch, wie du sagst, auch vielleicht zwei-, dreimal klicken kann. Das könnte, Ja, das wäre auf jeden Fall cool, also, das fände ich gut, wenn sie da so, genau, sowas ein bisschen Haptisches haben, so, ähm, und, äh, das ist ja nur der Ton, der das irgendwie haptisch macht in den AirPods, ähm, aber, dass du, ähm, zwei Tasten hast, indem du jetzt groß, klein oder laut, leise, wie auch immer, machst du ja bei dir nicht, aber, ähm, irgendwas, mehr Funktion hast, dreifach Tap, wäre gut, ja, warum nicht, auf jeden Fall. Ja, naja, sowas, und am Ende sagen sie halt, es ist noch genauer dann am Ende, wenn du zeichnest, und das ist noch, legst es auf, und du hast noch mehr das Gefühl, du malst halt wirklich drauf oder so, dann, dann verkaufen sie wieder ihre Magic damit irgendwie, wer weiß, vielleicht sehen wir den ja wirklich bald, vielleicht gibt's auch nur, also, dieses Bild, damit kann man ja wirklich nicht viel anfangen, muss man ja einfach mal sagen, vielleicht gibt's auch einfach wirklich bald ne, einfach nur ne geupdatete erste Generation oder so, für die ganzen anderen Geräte, ne, die die halt noch benutzen können, ähm, vielleicht passiert das ja auch irgendwie, dann kann die ein bisschen mehr, oder ist irgendwie magnetisch, oder hat einen anderen Doppeltap-Möglichkeit, oder was weiß ich, ja, möglich ist alles, ähm, genau so, ist es auch möglich, ich würde, also wollte ich hier noch kurz mal einbringen, weil ich es mega interessant finde, und den Gedanken kann ich, konnte ich mir gar nicht erklären, wie die darauf gekommen sind, aber es ist clever, also, es gibt ja eine neue 14.5 Beta jetzt gerade wieder, die jetzt auch so ein bisschen, was so ein bisschen durch die News geht, dass du, ähm, oder das, dass in dieser Find My App jetzt auch schon so, der Gegenstand-Tab jetzt quasi mit drin ist, ja, also, dass Gegenstände damit getrackt werden können, das heißt, Apple macht's immer offensichtlicher, wir sehen bald die AirTags vielleicht, ja, kann also alles, wir gehen mit großen Schritten darauf zu, und das hab ich mir für noch mal angeschaut, und, erst mal alles soweit, äh, soweit cool, und alles, äh, wie wir es kennen, und wie wir es erwarten, und wie wir es sehen wollen, und es gibt in der Beta eine Funktion, die nennt sich, also jetzt auf Englisch, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, äh, Item Safety Alert, und dann denkt man erst mal, okay, was ist das denn, ähm, und ohne das jetzt zu googeln, habt ihr eine Idee, was es sein könnte, bevor ich's, bevor ich's sagen werde? Nee. Also ich kann mir nur vorstellen, dass, wenn du zu weit weg bist, oder so, dass ja dann irgendwie ein Alarm schlägt, dass irgendwie dein Gerät, keine Ahnung, es irgendwo stehen lässt, oder so. Das ist, pass auf, ähm, ich seh schon, wie ihr gleich vom Stuhl kippen werdet, beide, das ist nämlich so eine Funktion, wenn jemand, dir einen App, einen AirTag in die Tasche schmeißt, um dich zu tracken, äh, dann kriegst du eine Meldung auf dein iPhone, wo draufsteht, übrigens, da ist irgendwie ein Gerät, was dich trackt, aber das Gerät kennst du gar nicht, ja, das ist eigentlich gar nicht von dir. Oh, okay. So. Das ist cool. Also du trägst halt irgendwie was in deiner Tasche, oder halt irgendwas bei dir, was gar nicht zu dir gehört, und könnte, achte mal da drauf, ja. Ähm, das find ich ziemlich clever, dass sie bei der Entwicklung dieser ganzen Kiste überhaupt dran gedacht haben, dass es eventuell Leute geben könnte, die einfach so einen kleinen AirTag nehmen und die in die Jackentasche werfen, oder in die Sporttasche werfen, um deinen Weg nach Hause zu verfolgen, was ja theoretisch geht, und wenn man jetzt mal so drüber nachträgt, ist es ja total obviel, ist, dass man, also dass das passieren kann, ja, dass Leute das nehmen, um dich zu, auszuspionieren, oder deinen Nachhauseweg, wie auch immer, ausfindig machen zu wollen, aber dann ist das eigentlich mega clever, dass sie da sowas einbauen. Also das fand ich wirklich, fand ich cool. Also, ist ein Ding, das wir da dran noch nicht gedacht haben, ja, also, weil das kennt man ja eigentlich aus, jeden Krimi-Spionage-Film, wenn irgendwelche Sachen an irgendwelche Autos gebappt werden oder so, oder rangechossen werden, das ist ja nichts anderes, so kleine AirTags halt. Das ist echt, echt, echt gut, dass sie daran denken. Also, komisch, dass man selber so erstmal immer nur die positive Schiene fährt und immer nur an die guten, positiven Sachen denkt, wenn man, wenn man über coole Funktionen, das Gute im Menschen vor allem, also das ist ja auch so. Und, und das, dass man aber genau an solche Sachen auch voll denken muss, dass es einfach irgendjemand missbraucht, das Ganze, die ganze Technologie dahinter oder irgendwas. Ja, volle Kanne, ja. Es ist wirklich spannend, also, dass das AirTag dann auch quasi das, ja, der auch eben sagen kann, ne, also, dass es wirklich ja scheinbar dann irgendwie funkt, dein iPhone versucht zu gucken, ob es zu dir gehört und sagt dann, nee, ist nicht, und du hast da irgendwas, oder was auch immer, das muss ja nicht ein AirTag sein, das kann ja irgendwas anderes sein, was mit, was mit Final Night funktioniert. Da wird es ja dann hoffentlich, vielleicht, in Zukunft ja auch noch ein paar andere Sachen geben, die das, die man damit einbinden kann. Also, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend und, äh, finde ich sehr gut, dass Apple an sowas denkt und dafür sorgt, äh, dass da auch der Sicherheitsfaktor einfach, ja, einfach bestehen bleibt, ja, und dass da keine, kein Schindluder getrieben werden kann. Ist natürlich alles Opt-in, kann man auch ausschalten, aber dann ist man irgendwie doof, wenn man das macht, glaube ich. Also, wenn man das ausschaltet, dann ist natürlich, äh, irgendwas war da auch mit Locations und so, aber am Ende, ich glaube, das ist was Gutes, was einem hilft und, oder was einem helfen kann, da nicht ausspülen, die zu werden oder deswegen, denke ich, man sollte das nicht ausschalten. Ja. Okay. Das war unser letztes Thema schon heute. Das heißt schon, sind wir schon wieder gut dabei. Ähm, und wir können also in die Tech Moments abbiegen. Tim. Ja, ich habe tatsächlich diese Woche mal einen Tech Moment gehabt. Ich war am Wochenende, ähm, das, äh, von Basti am Anfang der Sendung erwähnte Video, äh, Filmen mit einem Kumpel zusammen. Ähm, und wir haben da, er hat halt sich eine Mavic Mini gekauft, äh, Mini 2, ähm, DJI Mavic Mini 2, und die haben wir mal dann, ähm, auch mal fliegen lassen. Das war meine erste, tatsächlich, meine erste Drohnenflug. In der Wohnung oder was? Oder draußen? Nee, äh, draußen schon. Okay. Ja, das war tatsächlich mein erster Drohnenflug. Äh, das war schon, äh, interessant. Also, er hat das alles, ne, er hat das schon öfter jetzt gemacht, er hat das alles auch sehr souverän gestartet und so und dann habe ich, nachdem die Drohne dann in der Luft war, war ich so, kann ich auch mal? Und halt schon nur im normalen Modus zu fliegen, war schon irgendwie so, okay, also ich, da ist jetzt nichts in der Luft vor mir, so, weil, keine Ahnung, wir sind 100 Meter über dem Boden oder so. In erlaubtem Gebiet natürlich. In erlaubtem Gebiet natürlich, klar. Ähm, und dann fliegt man halt so los und ist so, okay, aber es macht einen trotzdem irgendwie sehr nervös, weil du halt irgendwas steuerst, was halt einfach so komplett weit weg ist, du hast keinerlei Zugriff darauf. Das ist nicht wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Rennauto oder so, was, wenn du willst, kannst du da hingehen und das Rennauto nehmen, so. Und da passiert jetzt nicht viel, aber wenn, also zu der Drohne kommst du halt nicht so einfach hin. Ähm, aber das war schon extrem cool. Und dann, nachdem ich nur ein bisschen kurz geflogen bin, hat er dann auch mal noch gezeigt, wie der Sportmodus von der Mavic Mini ist. Ähm, ähm, ja, das ist interessant. Das Ding war auf jeden Fall in kürzester Zeit schon fast nicht mehr sichtbar. Natürlich sind wir nur so weit geflogen, wie man die Drohne auch sehen kann. Ähm, aber Junge, das, äh, also ich dachte ja schon, die ist im normalen Modus schon schnell. Im Sportmodus war die dann, weg. Das war scheiß ich. Also, ziemlich krass. Ähm, er hatte da vorher die, die R2, hat die aber, glaube ich, verkauft. Ähm, weil mit der Mini 2, die ja genau 249 Gramm oder zumindest unter diesen 250 Gramm ist, ist man selbst, wenn man auch reisen will und mit der Drohne irgendwie mal international fliegen will, halt besser beraten, weil du dann, ich glaube, international ist diese 250 Gramm Gänze tatsächlich, ja, ziemlich safe, dass du da kein irgendwie zusätzlicher Erlaubnis brauchst, oder ein Führerschein oder so oder was weiß ich. Ähm, und ja, das hat es mir tatsächlich echt ein bisschen angetan. Also, gerade auch mit der Mavic Mini 2, die ja jetzt, äh, auch 4K60 kann, oder 4K30? 4K60? 4K60. und eben auch, ich glaube, 120 oder 240 FPS, ähm, Full HD, äh, das reicht halt so. Also, die ist, und die ist unfassbar leise. Also, das ist echt crazy. Ähm, wenn die, keine Ahnung, 50 Meter über dir ist, hörst du die schon nicht mehr quasi. Also, da muss man dann schon wirklich drauf achten. Äh, ja, und es halt, hat natürlich nicht so diese ganzen krassen Sensoren. Also, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Die hat nicht so viel, ähm, ja, Kollisionswarnsensoren, äh, wie die Mavic 2. Äh, aber, ja, ist halt dafür leichter. Und, äh, Akku hält auch ewig lange, so 20 Minuten oder so, oder mehr kann man mit dem Ding fliegen. Das ist schon echt eine ganz schöne Hausnummer. Und, äh, ja, da juckt es mir jetzt auf jeden Fall auch in den Fingern, muss ich ehrlich sagen, äh, mir die vielleicht noch, ähm, mal zuzulegen. Aber dann mal sehen, mal sehen. Äh, ich, ich, ich finde es immer noch extrem geil, aber, ja, es war auf jeden Fall eine, eine ziemlich coole Erfahrung mit dem Ding. Ja, kann ich nur zustimmen. Also, und es macht auch einfach, und das ist das Geile, und das kann, glaube ich, nicht jeder nachvollziehen, auch wenn ich hier bei mir draußen, äh, dann nur über Felder und Wälder und so fliege, aber das Fliegen macht einfach auch Spaß. Das ist halt so dieses, was man halt von früher kennt, auch mit irgendwie ferngesteuerten Autos oder was auch immer. Es macht doch einfach Spaß, so das Ding zu steuern. Und, ja, wie du sagst, der Sportmodus, damit beeindruckt, man hat wirklich im ersten Moment immer mal jedem, wenn es dann so losgeht, und wenn das eine normale, cinematische Drohne ist, dann will ich nicht wissen, wie diese DJI-RF-PV lospässt dann im, im Sportmodus. Da sieht es, glaube ich, nochmal ganz anders aus. Ähm, ne, cool, cool, freut mich sehr, dass du mal die Erfahrung gemacht hast. Das sollte jeder mal machen. Also, wenn jemand kennt, der eine Drohne hat, äh, trefft euch mit den Personen natürlich draußen und, äh, mit Abstand und, äh, fliegt einfach mal zusammen, weil das wirklich, ähm, glaubt man gar nicht, wie cool das eigentlich wirklich ist. Ich hab jetzt, äh, vor ein paar Tagen erst meinen, meinen Drohnenführerschein gemacht jetzt quasi. Also, muss man ja jetzt ja machen, ne, das, äh, die ganzen neuen Drohnenverordnung und so. Ähm, ich hab den jetzt gemacht und alles, alles geordert und so, nachdem ich meine Flugnummer da bekommen hab, jetzt von dem, äh, mit dem ganzen neuen Gedöns. Und ich freu mich auch schon wieder sehr jetzt aufs, aufs Wetter und, äh, einfach mal so eine Stunde raus und irgendwie einfach mal die Drohne steigen lassen, Kopf ausschalten. Das ist schon ganz cool. Ja, also, schönes Hobby. Und ich würde mich freuen, wenn du auch, äh, dir eine Mavic Mini 2 kostet. Da unterstütze ich dich mental, ähm, die Entscheidung zu treffen. Gäbe es da auch eine finanzielle Unterstützung oder so, die ich von deiner Seite erwarten würde? Schwierig. Ah, okay, schade. Es geht alles um den FPV-Fonds. Da kann ich jetzt nicht, äh, da kann ich jetzt nichts, nichts abgeben. Zumalett. Ähm, ja, cool. Ich, äh, hab auch was Kleines und zwar tatsächlich auch was Mini-mäßig ist. Sehr lustig. Ähm, und zwar, äh, hatte ich ja, ich versuche ja immer hier so meinen Setup, Podcast-Setup und so immer wieder ein bisschen abzudaten, zu erweitern, irgendwas cool zu machen, mir die Arbeit auch, äh, im Schnitt und allem drum und dran nachher ein bisschen zu erleichtern. Und, äh, was ich jetzt, also ich hab ja mal damals, jetzt hab ich mittlerweile wieder ein USB-Mikrofon, damals auch schon zwischendrin, hab ich dieses auch über XLR benutzt, ähm, mit dem Interface und so weiter. Da war das mit dem Muten alles nicht so einfach. Ähm, und mit einem, äh, USB-Mikro kann man sich halt eben mit Beautify oder mit sonst was auch immer schnell mal muten. Da kann man sich dann auch Sachen bauen. Hat ich auch alles gemacht, um sich zu muten. Also, über MIDI, äh, Controller dann mit einem Knopf, mit dem Belegen, der dann einen Shortcut triggert mit zwei Programmen, die das alles machen und so. Und irgendwie bin ich letztes Mal drauf gekommen. Ich hab's, glaub ich, letztes Mal, äh, nach der Aufnahme kurz schon euch erzählt, ähm, dass wahrscheinlich so ein Stream Deck von Elgato einfach die beste Lösung wäre für mich. Und, äh, genau, also hab ich mir jetzt gekauft hier, ihr seht das jetzt beide. Ich hab dieses Stream Deck Mini an mir geholt mit sechs Knöpfen. Das reicht tatsächlich für meinen Anwendungszweck sehr gut aus. Ich hab noch zwei frei, also, und zwei, und einer davon ist Unsinn belegt. Also, von daher hab ich's wahrscheinlich sogar drei frei. Äh, da man sich auch ordner machen kann, hat man ja eben die Möglichkeit, auch ein paar mehr Sachen zu machen. Und jetzt hab ich hier halt, so ein kleines Ding hier zu stehen, was ich jetzt, mit dem ich mich einfach die ganze Zeit auch mute schon, seitdem wir aufnehmen, äh, hab ich einfach den Shortcut für Mutify draufgepackt, der glücklicherweise universell ist, also, der quasi, man muss Mutify nicht offen haben, um das, äh, nutzen zu können. Setz hier die ganze Zeit Kapitelmarker in Logik damit, auch da mit dem Shortcut drübergelegt, also, so, dass ich dann halt die Kapitel nachher machen kann, fürs, fürs Aufnehmen. Und das ist das, ähm, die beste Lösung, und ich ärgere mich, dass ich da noch nicht Short aufgekommen bin, äh, das irgendwie dafür zu benutzen. Ich weiß auch gar nicht, warum, also, nicht, dass ich es nicht kannte oder so, aber es war halt nie so präsent, weil, wenn du's hörst, so Stream Deck Mini, du denkst halt immer, es ist nur für Twitch und OBS und so, und du kannst halt damit dann irgendwie ein paar Sachen in, 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 äh, dein Livestream irgendwie einspielen, aber, ne, du kannst natürlich noch mehr machen und das find ich halt mega cool und ich hab jetzt auch hier einen Button oben, da ist unser Podcast-Logo drauf, und wenn ich da drauf drücke, dann öffnet sich hier alles, was ich dafür brauche, Discord, Logic, äh, die ganzen, äh, anderen Programme noch, äh, Mutify in dem Fall auch natürlich, zum Beispiel Quip, wo wir unsere Notizen drin machen, Instapaper, wo ich die ganzen Links speichere, das ist dann alles mit einmal offen, ähm, das ist einfach sehr, sehr entspannt und ich hab gesehen, man kann, also ich kann, oder vielleicht noch kurz eine Sache dazu, ich kann komplett nachvollziehen, dass die ganzen Streamer das alle haben, also ich glaube, die wissen gar nicht, wie viel Potenzial in so einem kleinen Ding, also ich glaube, manche haben das eingerichtet, um irgendwie so ein Intro abzuspielen und irgendwie mal so eine Kamera zu wechseln, aber ich glaube, viele wissen gar nicht, wie viel Potenzial in den Dingern eingesteckt und was man damit wirklich noch alles machen kann, äh, die Einstellungsmöglichkeiten sind wirklich cool, dieses, die Aufmachung ist cool, Verarbeitung ist auch okay, ähm, die Köpfe drücken sich gut, äh, man hat hier seine, seine kleinen Icons, die man sich auch selber bauen kann und so, und, äh, das ist einfach ziemlich cool, du kannst mittlerweile auch, ähm, so wie Addons runterladen, die dann auch selbst programmiert sind von irgendwelchen Leuten, wo du halt dann deine Philips-View-Lampen besteuern kannst oder hier deine, ähm, na, diese komischen Kacheln hier an der Wand, die jeder Streamer hat, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich habe auch diese Glühbirne von denen, äh, ich habe jetzt den Namen vergessen, Nanoleaf, genau, danke, und, äh, so eine Sache, ne, kannst, ähm, es gibt auch eine Mute-Funktion, wo man auch alles mit Muten kann, also auch Mikrofon, also ich müsste es nicht mal über Mutify machen, das würde wahrscheinlich auch so gehen, aber, äh, also damit kann man echt viel machen und sich viele Shortcuts irgendwie rauflegen, Programme öffnen, Apple-Skripte kann man damit auch laufen lassen, wenn man sich damit irgendwie aus, äh, ein bisschen auseinandersetzt, dann kann man das da, äh, machen, ich, äh, finde es, Mini kostet glaube ich 100 Euro, irgendwie, oder 95 Euro oder sowas, vielleicht 90, wenn man ein bisschen guckt, ähm, aber für mich lohnt sich das sehr, weil das ja einfach wirklich, äh, echt, ähm, echt cool ist, ich finde es ein bisschen komisch, dass man diese Stream Deck Software die ganze Zeit aufhaben muss, ich dachte, die kann ich, ich dachte, die kann ich einfach zumachen, aber wenn ich die zumache, dann, äh, vergisst er die ganze Funktion und ich muss den, muss es also offen haben die ganze Zeit, man kann sich Profile anlegen, auch super, ja, also wenn du jetzt sagst, das ist hier zum, zum Streamen, das andere ist zum Aufnehmen, das andere Profil ist zum, keine Ahnung, ja, äh, zum Schneiden oder so, also da auch, kann man natürlich Shortcuts dann für Logic drauflegen oder Final Cut oder so sich draufpacken, um halt vielleicht ein bisschen schneller noch zu sein, ähm, ich, finde es super und es ist eine gute Bereicherung hier fürs Arbeiten und fürs Aufnehmen vor allem, da wollte ich halt was Einfaches haben und da bin ich sehr froh und das war ein cooler Tech-Moment, äh, für mich. So, viel dazu, ich setze hier auch mit dem Stream Deck Mini auch die nächste Kapitelmarke und, äh, wir gehen quasi zu den Empfehlungen über und da, äh, kann der Kalle mal anfangen, würde ich sagen. Jo, ähm, ich hab tatsächlich, äh, Apple Arcade mal, mal ausgepackt und hab mich an Oceanhorn 2, ähm, ja, ran getraut. Ich bin eigentlich, muss ich mal ja sagen, von Haus als jetzt nicht so der Gamer oder sowas, ähm, hab mal mit den Kindern halt ein bisschen was gespielt und, äh, mal irgendwie Spongebob und mal Lego oder so und hab Oceanhorn jetzt wirklich für mich entdeckt, muss ich sagen. Also, ein sehr, sehr gutes Spiel kann ich nur empfehlen, ähm, man muss sich's vorstellen, eigentlich wie Zelda, eins zu eins wie Zelda. Ich hab jetzt nicht so dolle Zelda gespielt, aber ich könnte mir das wahrscheinlich mehr sagen, als, als ich, äh, das sagen kann, aber du rennst halt mit jemandem rum, der ist so ein Ritter oder soll ein Ritter werden, ist aber irgendwie, irgendwie so Steampunk-mäßig, also, da kommen auch Aliens und die Ritter haben aber trotzdem Kühlschränke und eine Klimaanlage und sowas, also, es ist irgendwie ganz weird gemacht, diese Zusammenstellung, aber, ähm, die Story ist ganz cool, das, das Gameplay vor allem, also, das macht sich richtig gut, ich hab's angefangen zu spielen, ähm, auf dem iPad und man kennt ja so diese, diese Wischgestensteuerung und so bei, bei so Ego-Shootern oder irgendwas, ist ja eigentlich immer nicht so das Gelbe vom Ei, aber da war ich echt erstaunt, wie gut das doch funktioniert, also, wie gut sie die Steuerung wirklich umgesetzt haben, man hat halt keine, keine Steuerknüppel oder sowas, die auf dem Bildschirm abgebildet sind, sondern wirklich die ganze Bildschirmfläche, die du nutzen kannst, um den, äh, Charakter an der Stelle da zu steuern und macht einfach unglaublich Spaß, das ist so ein bisschen, mich erinnert's auch immer ein bisschen an Tomb Raider, find ich, äh, gerade mit diesen kleinen Rätseln und so, dass du da irgendwie irgendwelche Schlüssel irgendwo holen musst und, äh, und da ein bisschen was kombinieren, äh, musst und so weiter, ähm, das ist, macht unglaublich Spaß, und was ich halt total geil find, ist die ganze Aufmachung, also, die Grafik dahinter, was für riesige Welten das sind, wie, wie, wie geil die Lichteffekte dargestellt sind und so weiter, also, diese, dieses Ganze, äh, wie, wie groß das auch wirkt, so, also, geil ist natürlich, also, es läuft über Apple Arcade, ich kann's natürlich am, am iMac dann weiterspielen, wenn ich Bock hab, oder auch mal am Telefon, äh, hab ich das noch nicht gemacht, mach ich wahrscheinlich auch nicht, ähm, aber, ähm, was auch voll gut ist und irgendwie, hab dann am iPad, glaube, drei Stunden dran gesessen, oder so, auf einmal, und, äh, das war schon cool, also, Oceanhorn 2 kann ich auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Ja, cool, kann man sich auch mal den ersten Teil angucken, der war auch sehr, sehr gut damals, ähm, mit, nicht so ganz krasser Aufmachung, wie der zweite Teil, außer für damalige Verhältnisse und für so, hey, cool, neues Zelda, äh, schon, schon echt sehr gut, kostet, glaube ich, acht Euro oder so, oder fünf Euro mittlerweile, ähm, das ist bei Apple Arcade, glaube ich, auch bei, oder? Kann das sein? Das erste, das weiß ich nicht. Das ist ja so, so ein bisschen pixeliger alles noch, ne, so diese, ein bisschen 2D. Nee, 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 das ist von oben, so in der Vogelperspektive, so schräg. Ja, genau, ja, genau, Dann ist das auch drin, dann ist das ja noch besser, also, wenn man Apple Arcade hat, dann kann man sich das auch machen. ich hab's jetzt noch nicht richtig gecheckt, aber ich glaube, da bin ich über den Weg irgendwie gelaufen da, oder das ist mir über den Weg gelaufen. Aber auch das zweite sieht natürlich mega aus, ja, ähm, echt cool. Ich fand es alles, alles zu, manchmal finde ich es irgendwie von der, also, wo ich das erste Mal gesehen habe, so, so quietschig, so, 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 so dolle irgendwie, ähm, Kinderkram, so, so blöd gesagt, aber so ist es nicht, überhaupt nicht. Also, wenn man das erst mal, wenn man erst mal beim Spielen ist, und dann, dann vergisst man alles so, also, dann ist es total cool, also, ich mag's total. Kannst ja mal, du hast keine, keine Konsole, sonst hätte ich gesagt, probierst du auch mal am iPad mit nem, mit nem Controller aus. Ich glaube, ich hab's auf dem Apple TV damals mit nem Controller mal einmal probiert, mit nem Playstation 4 Controller. Das war ziemlich cool, muss ich sagen. Also, das Touch und so ist ja alles ganz nett, aber so richtig dann in diesen Modus quasi mit nem Controller zu gehen, ist auch ziemlich gut und spielt sich auch richtig. Das würde ich gerne machen, tatsächlich, ja, würde ich irgendwie gerne mal ausprobieren. Ich hab's jetzt ja am iMac mit Tastatur und Maus, äh, fand ich auch sehr, sehr gut, also, hat mich total an damals erinnert, mit Ego-Shootern, die man am Computer gespielt hat. Ähm, was halt cool ist, dass die jetzt nicht nur die Pfeiltasten als Bewegungstasten benutzt haben, sondern auch die, ähm, ASDW-Tasten, ne, dass man auch mal das wechseln kann oder eine bessere Haltung hat oder so. also, ja, ist auf jeden Fall cool umgesetzt. Also, ich find's alles sehr, also, durchdacht, clever, einfach, einfach gemacht, so, dass man nicht irgendwie rumsuchen muss großartig oder, äh, ja, dass da irgendwie nix, nix kompliziert ist oder so. Also, das ist schon sehr gut. Cool, ja, also, wenn wir uns mal wieder sehen und man was wieder treffen darf, ich kann dir gerne mal einen Playstation-Controller mitgeben, ich hab, äh, einen, einen rumliegen, äh, den ich jetzt nicht unbedingt brauche. äh, oh ja, sehr gerne. Kannst du es gerne mal ausprobieren und dann vielleicht auch sogar, äh, nochmal ein Update geben, ähm, mach ich, im Spiel auf jeden Fall. Tim, was hast du bei? Ich hab, äh, eine wirklich höchst interessante App, eigentlich eher wegen der Story, und zwar ist es die Mondain SBB-App, die macht folgendes, die zeigt eine klassische Bahnhofsuhr, äh, ein bisschen bräunlicher, wenn's dunkel ist, quasi über danach, zwölf Uhr, also mittags, und, äh, in dem klassischen Weiß, wenn's vor zwölf Uhr mittags ist, ähm, hat dieses, tatsächlich dieses ganz klassische Design, was man auch an, ja, an jedem Bahnhof der Deutschen Bahn sieht, äh, wo der Sekundenzeiger auch diese, quasi, wenn er ganz oben ist, einmal stehen bleibt und dann erst quasi die Minute umkippt, äh, damit er sich quasi in dem Moment synchronisiert wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, ob das so ist, aber, ähm, um wirklich 100% die richtige Zeit anzuzeigen und dir ganz genau anzuzeigen, wie spät deine Bahn ist, ähm, äh, die Story dazu, man, es ist tatsächlich so, dass diese, ähm, dass die iPad-Uhr-App damals auch in diesem Design kam, äh, und dann hat die, ich glaube, das ist die Schweizer, ähm, die Schweizer Bahngesellschaft, die dieses Design, ja, denen das gehört im Prinzip, hat dann Apple verklagt, weil die die nicht lizenziert haben und daraufhin hat sich dann die iPad-App auch geändert, ähm, und, äh, sie hatte eben nicht mehr das Design, äh, fand ich extrem interessant, dass jetzt quasi, und es kam jetzt halt wieder, dass sie die jetzt auch endlich wieder auf, ähm, auf Apple-Geräten bringen, also die sind auf iPhone, iPad, ich weiß gar nicht, ich glaube, aber wahrscheinlich auf Apple TV oder so, weiß ich nicht, womit das alles kompatibel ist, ähm, und sieht einfach, einfach schick aus, man hat halt die Möglichkeit, ähm, ja, auch noch eine zweite Uhrzeit anzuzeigen, ähm, und, ja, mehr als das tut sie nicht, hat halt eine klassische, das ist nicht richtig, okay, das stimmt nicht, ich habe gerade mal ein bisschen recherchiert und habe mir mal die App-Beschreibung durchgelesen, aber es gibt von Mondain eine App, ach, eine Uhr, die man sich an die Wand hängen kann, und die App ist die Companion-App zu dieser Uhr, es gibt eine Uhr, die so aussieht, die kostet 200 Euro, und, ähm, oder Mondain, ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht, ob man das so ausspricht, aber wenn man sich mal die App-Beschreibung durchgelesen, hier, äh, ist die Companion-App for the Mondain Smart Wall, äh, Clock, that utilizes the famous and unique Stop-to-Go-Swiss-Movement, which was blablabla, 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 The app allows you to keep your Smart Wall-Clock always on time, pass automatically from winter to summertime and monitor the temperature of the room where the Smart Wall-Clock is placed, also, du kannst tatsächlich, also, es ist nicht nur zum Anzeigen der Uhrzeit da, das ist ja eigentlich total lustig, sondern halt auch wirklich als Companion-App für so eine Wanduhr. Äh, ja, mir fällt gerade auf, dass ich die falsche, ähm, App verlinkt habe, ähm, ach so, das ist die gar nicht. Also, du hast tatsächlich jetzt die Companion-App gesehen, ich mache mal den, ähm, den anderen Link dahinter. Okay, dann habe ich es gesagt. Äh, das ist die andere, die tatsächlich wirklich nur, einfach wirklich nur die Uhrzeit und man hat die Möglichkeit eben, sich eine zweite Uhrzeit anzuzeigen, ähm, habe ich schon gewundert, du hast es schon gezeigt und die war auch schwarz in den Hintergrund, das habe ich schon ein bisschen irritiert gerade, aber ich dachte, die hat irgendwie Dark Mode oder so. Habe ich falsch gemacht. Ja, ne, die hat auch nur 1,6 Bewertungen, die scheinen nicht so geil zu sein. Ja. Schade. Okay, ich dachte, das ist die, das wäre lustig gewesen, aber, äh, äh, cool, trotzdem cool. Und wenn man sich das so was gerne anguckt, dann, äh, warum nicht? Ja, vielleicht auch irgendwie, dann dachte ich so, äh, vielleicht auch für so ein iPad, das man so an der Wand hängen hat, ähm, vielleicht auch ganz nett, so, aber ist natürlich schwierig, weil wenn man einen geführten Zugriff hat, wie man das ja für die Heimzentrale eigentlich haben will, dann müsste man den Mann und der weg, und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ist es eigentlich mehr ein Gimmick. Aber sieht cool aus. Auf jeden Fall. Kostet die was? Ne, hab ich jetzt gar nicht gesehen. Ne, die ist komplett kostenlos. Das wäre gut, wenn die irgendwie noch so 5 Euro kosten würde. In-App-Kauf, Abo, 5 Euro im Monat. Genau. Ähm, ja, cool. Schöne, schöne App. Kann man auch mal sowas empfehlen. Ähm, okay, da bin ich noch dran. Ich hab, äh, also Kalle hat ja letzte Woche die Bowers & Wilkins PX7 vorgestellt. Ich habe von Bowers & Wilkins auch was zugeschickt bekommen. Und zwar einen Lautsprecher. Der sogenannte Wedge, ähm, oder Formation Wedge. Bowers & Wilkins Formation Wedge, wenn wir den kompletten Namen mal hier, äh, ja, ansprechen wollen. Das ist so ein, ich sag jetzt erstmal, ich sag jetzt erstmal was es ist. Es ist ein Bluetooth-Lautsprecher, der auch Airplay 2 kann, ja, und der auch über eine App steuerbar ist. So ein bisschen wie Sonos. Äh, Bowers & Wilkins hat mit diesem ganzen Formation System versucht, oder nicht versucht, sondern sie haben es gemacht, ein, äh, Multiroom System aufzubauen, ne, so ein bisschen halt eben wie Sonos. Da gibt es halt verschiedene Geräte, äh, die man sich da kaufen kann. Da gibt es so eine Soundbar, dann gibt es, ähm, diesen Wedge halt, dann gibt es eine Subwoofer, dann gibt es nochmal zwei Speaker, die, äh, quasi wie, ja, wie ein Real Speaker benutzt werden können, oder eben einfach nur als Stereo Paar wahrscheinlich auch, die, das weiß ich jetzt nicht genau, äh, die funken untereinander mit Mesh, alle miteinander, und verhindern so Latenzen, ne, und können halt relativ gut, oder mit ihrem eigenen Mesh-Netzwerk, und können somit halt relativ gut, ähm, äh, ja, untereinander quasi, wenn du was synchronisieren willst oder so, oder wenn du zwei so eine Formation Wedges hast hier, wie ich jetzt eine habe davon, äh, dann kannst du halt, sind die halt sehr gut synchronisiert, so. Äh, Wedge bedeutet, äh, glaube ich, ja so, sowas wie Kante oder Ecke, sowas auch so übersetzt, mal so ganz grob, frei übersetzt, und, ähm, so sieht die auch ein bisschen aus, ja, also das ist so ein sehr eckiger Lautsprecher, also nicht eckig, aber es ist so rund, so ein bisschen wie so ein Halbkreis, aber, ähm, ist schwer zu beschreiben, muss man sich einfach mal anschauen, glaube ich, es ist auch sehr designmäßig erstellt, ja, also es hat ein sehr design, äh, wie sagt man, wie kann man das am besten ausdrücken, ja so designähnlichen, Designsprache, Designsprache ist halt sehr, sehr gehoben irgendwie, ne, das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein Kasten, den du irgendwo hinstellst, sondern es sieht halt wirklich sehr, äh, besonders aus, und, ähm, das, äh, also mir gefällt das Design vom Ding her schon, weil, weil es ja mal was anderes ist, es passt aber halt auch nicht in jeden Haushalt oder irgendwie rein, ne, und da kommen wir schon zum ersten Punkt, ich glaube, ich glaube, dieser Lautsprecher ist auch nicht so, also es gibt sicherlich irgendwelche krassen Architektenhäuser und Wohnungen, wo das halt bestimmt super gut aussieht, wenn der da irgendwie dann in der Ecke steht oder, äh, irgendwie so als, als Audio-Gerät quasi hingestellt wird, wenn das halt zum Interieur passt, aber, äh, und da geht's halt schon los, ähm, ich glaube, es ist halt auch viel für so, also in so einer Galerie oder so, kann ich mir das Ding super gut vorstellen, weil wenn das Ding dann auf so einer Säule steht, dann denkst du halt, das ist auch ein Kunstwerk von irgendwem, äh, der das da ausgestellt hat, weil das halt so ein bisschen besonders halt eben aussieht, und, ähm, ist die Frage, passt das in den, passt das in den normalen Haushalt, ja, nein, vielleicht, da geht's dann weiter mit dem Preis, der OVP bei 999 Euro liegt, was halt ne Ecke ist, ne, äh, ne Wedge, und, ähm, da muss man halt einfach mal sagen, dass das schon, das ist schon teuer, ne, das ist schon wirklich teuer, äh, und deswegen glaube ich persönlich, ich glaube, das hat Boston-Wirkens gar nicht so, gar nicht so gemacht, aber ich glaube, dass es eher in einem anderen Bereich sich eben wiederfindet, halt vielleicht wirklich in öffentlichen Einrichtungen oder sowas, Gebäuden sowas, äh, Kunstgalerien, Ausstellungsräumen, äh, oder halt eben so Architektenwohnungen oder sowas, ich glaube jetzt eben nicht, dass sich, ähm, der 25-jährige, äh, Student, äh, das in seine zwei Zimmer, ähm, Studentenbude irgendwie in Berlin-Kreuzberg, sich das einfach, sich das ins Wohnzimmer stellt, ne, glaube ich halt nicht, A, weil es halt so sehr groß und ein bisschen drüber halt vom Design ist, nicht negativ drüber, aber halt so ein bisschen heraussticht, äh, und halt, weil es auch einfach verdammt teuer ist für das Ding, ähm, diese, diese runde Bauform, wenn wir vielleicht mal dabei direkt bleiben, äh, ist halt so, in der Mitte ist quasi der, der Subwoofer, äh, äh, und, äh, so 15-Zentimeter, 15-Zentimeter Subwoofer ist das, und, ähm, und rechts und links angeordnet sind halt die anderen Speaker. Ich hab mir das Ding ausgesucht zum Angucken, weil, äh, das Ding, hab ich ja schon erwähnt, Airplay, äh, kann, Airplay 2 kann auch, und, äh, das war halt für mich so das Interessante. Jetzt, äh, muss ich ja leider, muss ich leider einmal eine Sache ein bisschen meckern, muss ich, in der Beschreibung, die ich bekommen habe, steht drin, dass ich mir die, äh, Bauhausen-Wiccans-Home-App runterladen soll, die App gibt's gar nicht, ähm, also, die heißt mittlerweile anders, und zwar heißt die jetzt nur noch Formation, ich muss mal ganz kurz mein iPhone holen, tut mir leid, ich hab's ja nicht gemerkt, ähm, Formation Setup heißt die jetzt, damit also quasi, äh, settet man das Gerät quasi ab, dann gibt's aber auch noch die, diese Bauhausen-Wiccans-Control-App, mit der man die Geräte auch alle kontrollieren kann, da gibt's auch eine Bauhausen-Wiccans-Music-App, äh, das, in den Apps erkennt man schon, dass die alle umziehen, und wahrscheinlich bald irgendwann alle in einer oder in zwei Apps nur noch auftauchen werden, macht ja auch Sinn, also Geräte einrichten und verwalten und Musik verwalten, reicht auch in einer App, glaube ich, da muss man jetzt nicht drei oder vier Apps für haben, äh, und die Apps sind halt dafür da, wie gesagt, aufs Gerät einzurichten, Software-Updates zu machen, paar Klang-Einstellungen kann man damit machen, man kann sie halt in den Raum einordnen, um dann halt als Airplay-Gerät auch gesehen zu werden, also es funktioniert nur, wenn du's mit dem WLAN verbunden hast, als Airplay-Gerät, und das geht jetzt nicht irgendwie wie ein anderes, wie ein Apples Airplay-Gerät, einfach so, wenn du's anschaltest, sondern es muss halt wirklich im WLAN sein, äh, sondern es geht nicht nur Peer-to-Peer, sondern man muss halt das WLAN kennen, und, äh, das funktioniert aber gut, also Anmeldung, äh, oder das Gerät halt registrieren war relativ easy, dann ein Software-Update machen, und dann war's auch schon aufgetaucht, und, äh, dann konnte man das benutzen, dann kann man das, du siehst, Sonos-mäßig, sag ich jetzt mal, äh, quasi halt seine Musikdienste damit koppeln kann, da wurden mir leider gar nicht so viele angeboten, also irgendwie nur fünf oder so, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber, ähm, da ist dann halt so, die Dienste verknüpfen, da hab ich hier TuneIn, Last.fm, Tidal, Cubus, hab ich noch nie gehört, NTS und Soundcloud, also sechs, ja, äh, da fehlen mir irgendwie andere Dienste, so wie Spotify oder sowas, dass ich das halt darüber auch machen kann, aber ich hab ja eingangs schon mal gesagt, ich hab dieses ganze Sonos-Prinzip damals auch nie ganz verstanden, warum ich mir jetzt eine App irgendwie, darüber meine Musik starten soll, äh, dann hab ich ja zwei Musik-Apps quasi drauf, ähm, deswegen wähle ich hier sowieso, was das angeht, raus, ja, und, genau, also das Ding, äh, wie gesagt, um einfach mal so ein bisschen die Eckdaten abzuklopfen und wie das alles so funktioniert und wie das so gedacht ist, das ist, wie gesagt, ein, ein extravagantes Gerät, nenn ich es jetzt einfach mal, für tausend Euro, hat, äh, oben ein paar Touch, ein bisschen Touch-Bedienung drauf, auch keine weiteren Knöpfe außer, äh, oder auch keine weiteren Knöpfe und Anschlüsse, außer halt, äh, Stromanstoß und dann LAN-Port und ich glaube auch so ein USB-C-Port, äh, ist da noch drauf, oder das ist glaube ich nur für Service, also der ist nicht für, zum Benutzen gedacht, ähm, und so ein Reset-Knopf, ja, auf der Unterseite alles, äh, das ist alles nicht zu sehen, ähm, es hat zwei Gewinde auf der Unterseite, um sie eventuell auf ein Stativ oder sowas draufzuschrauben, finde ich eigentlich ganz cool, ja, also was finde ich bei Lautsprechern eigentlich immer ganz, ganz hilfreich und nützlich, also da, das könnten eigentlich alle machen, ähm, und was man machen kann ist, das stelle ich mir sehr, sehr merkwürdig vor, also wie gesagt, ich habe das jetzt zum Testen bekommen, aber ich werde jetzt hier nicht, äh, das Lob hudeln, sondern werde da auch Dinge sagen, die mir nicht mehr merkwürdig vorstellen, oder die mir vielleicht auch eben nicht so gefallen, ähm, es gibt eine Wandhalterung für das Teil, und ich, äh, das ist so ein bisschen, also ich habe schon auch nicht verstanden damals, warum sich Leute curved-Fernseher an der Wand gehangen haben, weil das einfach irgendwie komisch aussieht, und, äh, so ein bisschen ist das bei dem Gerät auch so, ne, es machen bestimmt, vielleicht machen das Leute, und das sieht mega gut aus, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, äh, dass das irgendwie gut aussieht, wenn dieser Halbkreis da an der Wand hängt, ähm, das ist, äh, oder dieses, dieses, dieses Gebilde an sich da an der Wand hängt, äh, schwierig auf jeden Fall, aber vielleicht gibt es Szenarien, in denen das wichtig ist, und, ähm, dann macht das auf jeden Fall auch Sinn, ja, äh, aber wollte ich nur nochmal erwähnt haben, und kommen wir noch zum wichtigsten, und zwar zum Klang, äh, der ist sehr gut, also der ist wirklich sehr, sehr gut, will ich dem Ding bei 1000 Euro, aber eigentlich auch geraten haben, muss man jetzt einfach mal so sagen, ne, also, äh, wenn der jetzt dann irgendwie klingt, wie, äh, wie der 50 Euro Anker Lautsprecher, dann wäre das halt ja auch nicht, äh, sinnvoll, ne, also das wäre dann wirklich ein bisschen merkwürdig, ähm, der klingt wirklich sehr, sehr gut, und, äh, ist auch alles präzise mit Airplay 2 und so, das funktioniert alles super, ähm, da kann man eigentlich wirklich nicht meckern, ich, ich hätte gedacht, der ist ein bisschen bauchiger, ein bisschen basslastiger, äh, das ist er tatsächlich nicht, also er klingt recht flach, da unten rum, aber auch nicht zu flach, dass man jetzt denkt, dass die Bässe irgendwie weg sind oder so, ne, man kann ja mit dem EQ in der App auch noch ein bisschen nachregeln, äh, wenn einem das zu wenig ist, ähm, dafür haben sie aber eben auch noch den Subwoofer, den, wenn man sagt, das ist mir zu wenig Bass, dann kaufe ich mir den Subwoofer dazu, und dann habe ich auch wieder mehr Bass, ja, also, äh, von daher, soundmäßig gibt es da eigentlich nichts zu meckern, und wie gesagt, das sollte in dem Fall auch so sein, in der Preisklasse, sollte sie es gut anhören, aber es ist wirklich ein sehr ausgeglichener Sound, äh, das ist nichts irgendwie zu schrill oder so, ich habe das auch mal einmal sehr, sehr laut gemacht, das war jetzt nichts irgendwie, wo ich sage, das, äh, hat sich dann überschrien, oder das irgendwas, ich will jetzt auch nicht den, so Audio-Feel irgendwie rangehen und sagen, dann sind irgendwann ein paar Frequenzen abgesackt oder so, das interessiert sowieso niemanden, äh, es hat sich am Ende immer gut angehört, und das ist, glaube ich, das, worum es am Ende geht, ja, so dieses, dieses Empfinden einfach. Jetzt ist das ja hier in der Empfehlungssektion, äh, wo wir Dinge empfehlen, das ist ja jetzt wie letztes Mal mit den Kopfhörern eigentlich auch mehr so ein kleines Review, und am Ende stellt sich mir natürlich die Frage, würde ich dieses Gerät empfehlen? Jetzt muss man sagen, der ist jetzt auch schon, hat jetzt auch schon wieder ein bisschen auf dem Buckel, ich glaube, der ist 2019 jetzt schon auf dem Markt gekommen, ähm, von daher ist der noch nicht quasi alt oder so, sondern aber schon nicht mehr ganz aktuell, sagen wir es mal so, äh, man kriegt den auch schon mittlerweile für unter 1000 Euro bei anderen Händlern, das ist ja auch abzusehen, dass sowas passiert, ähm, achso, es gibt den in Schwarz und Weiß, das kann ich ja direkt nochmal sagen, bevor ich das vergesse zu sagen, wie bei den Kopfhörern, dass wir die Farben nicht ganz aufführen, also so ein, das Weiß ist so ein bisschen cremeweiß, ähm, aber würde ich ihn empfehlen, ich sag mal so, wenn man wirklich so eine Architektenwohnung hat, äh, oder das irgendwie ganz, äh, und mit so ein paar sehr extravaganten Möbelstücken irgendwie hat, und sagt, guck mal hier, den Tausender hab ich noch über, und ich brauch noch irgendwas irgendwie, um ein bisschen Musik abzuspielen zu Hause, und, äh, will aber keinen, keinen HomePod oder keinen Sprachassistenten, sondern will halt vielleicht irgendwas ein bisschen, was nicht jeder zu Hause zu stehen hat, da würde ich eigentlich sagen, klar, warum nicht, hier ist, du brauchst ein Wilkins Wedge, guck dir an, äh, hör dir das Ding an, hört sich sehr gut an, und probier's halt einfach aus, so, ähm, würde ich mir den persönlich kaufen, wahrscheinlich nicht, aber das liegt auch einfach daran, äh, dass, dass es halt einfach nicht in meinen, in meinen Lebensstil passt, also so generell so einfach in alles reinpasst, hier zu Hause, und das einfach vom, vom Ding her, mir eine Nummer zu, ähm, extravagant ist, ja, aber wirklich nicht negativ gemeint, sondern einfach, äh, nicht mehr im Stil entspricht, und eben für 1000 Euro, da kriege ich dann auch drei Homepods für, mit denen ich halt im Zweifelsfall noch ein bisschen mehr anfangen kann, ja, ähm, weil das ist halt wirklich am Ende nur, ich mach jetzt Airquotes hier, das sieht man jetzt nicht, weil das ein Podcast ist, ähm, nur, äh, 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 und, äh, ich glaube, das wird, der wird sehr stark in dieser ganzen Formation, dieses Formation, äh, 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 also diese, wenn du halt noch den Sub irgendwie dann mit dran hast oder so, und das vielleicht wirklich als Surround-System oder als wirklich als großes Mesh-System benutzt, dann wird der da seine Stärken ausspielen, ähm, ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung, ja, dass wenn man halt wirklich so sagt, so, ich, äh, will halt mal ordentlich Geld ausgeben und will was, äh, richtig Gutes haben, dann kann man das schon machen, ja, ähm, aber die Geräte sind alle teuer, also ich glaube dieser, also ich glaube diese Rear Speaker, also diese beiden Speaker, diese einzelnen, die kosten, glaube ich, Gott, hoffentlich sage ich nichts Falsches, aber ich glaube, die kosten 3000 Euro oder so, das Paar, ähm, das ist schon ordentlich, ja, also da, äh, man sieht, das ist ein bisschen ein anderes Level so ein bisschen, ja, das ist jetzt eben nicht der, hole ich mir mal schnell beim Mediamarkt Lautsprecher, sondern, äh, da denke ich schon zwei, dreimal drüber nach, ob ich mir den kaufe oder nicht und ob das für mich auch Sinn macht, ja, aber trotzdem, ich finde, wie gesagt, ich finde es gut, wenn Leute in einen anderen Ansatz gehen, super, dass die so Sachen wie Airplay mit einbauen, ich glaube, das sollte heutzutage jeder, der irgendwie kann, äh, auch machen, um einfach die Kompatibilität auch herzustellen, weil für mich wäre es keine Option mehr, mir einen Lautsprecher irgendwie ohne Airplay zu kaufen, ja, vor allem keinen, der stationär ist, so, was stationär zu Hause ist, ohne Airplay macht für mich keinen Sinn mehr und von daher, wenn sie das mit den Apps jetzt auf die Reihe kriegen noch, dass das dann nachher vielleicht nur noch eine App ist, was definitiv ihnen zu raten wäre, weil das nicht mehr zeitgemäß ist, irgendwie fünf Apps zu haben oder drei Apps zu haben, um das irgendwie alles, äh, zu, zu einzurichten und sich anzumelden und das noch zu machen und noch, äh, Musik zu streamen, dann glaube ich, ist es gut und, äh, wie gesagt, wer da Lust drauf hat, kann sich den gerne mal anschauen, wer sagt, ich stehe auf sowas und, äh, designmäßig ist es genau mein Ding, guckt euch das an, es war wirklich gut auch, Packaging und so haben sie alles super gelöst, also da kann man auch wirklich nicht meckern, ähm, wie gesagt, kostet auch 1000 Euro, da sollte das eigentlich auch so sein, ja, so, jetzt habe ich viel geredet, meine Stimme versagt bald, aber, ja, also trotzdem vielleicht einfach nochmal Danke an Bowsons Wilkins, dass wir uns die beiden Geräte einfach mal angucken durften, ja, dass sie da auch auf uns zugekommen sind, fand ich cool, ähm, das, ähm, sowas macht natürlich Spaß, wenn man sich dann so ein bisschen mal ausprobieren kann und auch eben mal so ein Gerät, was ich mir wahrscheinlich wirklich nie in die Hand bekommen hätte, alleine aufgrund des Preises, ähm, einfach mal ausprobieren zu können, ja, also, äh, nochmal großes Danke, äh, geht da in Richtung Bowsons Wilkins. So, jetzt sind wir durch, würde ich sagen, für diese Woche. Gibt's noch was? Gibt's was Aktuelles? Das habe ich beim ganzen Reden eine super Breaking News übersehen, überlesen, nicht mitbekommen, äh, oder habt ihr noch generell irgendwas? Ich auch nicht, ne. Was ihr noch ansprechen wollt? Ne. Okay. Ich hab eigentlich auch nichts weiter. Dann würde ich sagen, äh, war's das für diese Woche. Ich bedanke mich bei allen, äh, fürs freundliche Zuhören, bei euch beiden natürlich fürs, äh, tolle Gespräch wieder, war wieder sehr, äh, erquickend, äh, in vielen Teilen, von daher, macht immer, macht immer sehr viel Spaß, wie jede Woche. Ähm, wir, kleiner Ausblick, wir feilen gerade so ein bisschen an dem Erscheinungsdatum, eventuell erinnert sich da was, äh, zu den Folgen, da gibt's dann aber nochmal ein Update zu, äh, einfach nur der Transparenz wegen, kann man das ja vielleicht schon mal erwähnen. Ihr könnt uns deswegen am besten, einfach irgendwie bei Instagram folgen, äh, oder wo man uns auch folgen kann, bei YouTube abonnieren, den Podcast einfach abonnieren, dann, wenn ihr den nämlich abonniert, ist es eigentlich auch egal, äh, wann der Podcast rauskommt, weil ihr kriegt die ja dann in eurer Podcast-App und, äh, ihr müsst da gar nicht dran denken, ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp nochmal in dem Zusammenhang, von daher, äh, abonniert uns gerne überall, ihr könnt euch auch immer über die neuesten Infos und so auf techpool-podcast.de, äh, informieren und einfach da, wo es Podcasts gibt, gerne auch den YouTube-Kanal abonnieren, weil wir da auch, äh, viel unboxen und die Folgen natürlich auch zu hören sind und dementsprechend, äh, kann man das, äh, da verpasst man auf jeden Fall nichts, das wollte ich sagen. Gut, also, dann war's das für diese Woche, bis zur nächsten, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss. Tschausen.